So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe mit einer gewissen Zufriedenheit, dass die Plätze dann doch ausreichend sind, was von Anfang an nicht klar war. Herzlich willkommen zu der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Und ich möchte jetzt darum bitten, dass wir die sicherlich sinnvollen Eingangsfotos und Aufnahmen jetzt beenden. Diese heutige Sitzung bleibt eine öffentliche Sitzung und deswegen wird sie auch im Parlamentsfernsehen übertragen und jeder kann sie dort bei Interesse auch noch verfolgen. Aber hier wollen wir jetzt keine weiteren Aufnahmen zulassen, weil der Platz dann doch ein bisschen zu eng ist dafür. Herzlichen Dank. Und dann komme ich auch dazu, herzlich zu begrüßen den Bundesminister Dr. Robert Habeck. Schön, dass Sie wieder bei uns sind und den Herrn Staatssekretär Udo Philipp sowie die Frau Staatssekretärin Anja Heiduck sowie den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Wenzel. Herzlich willkommen. Ein entsprechendes Willkommen gilt auch den Fachbeamten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen. Nicht zuletzt ein herzliches Willkommen allen Gästen, die jetzt hier sein können. Das ist noch ein bisschen eingeschränkt, weil der Platz ja auch nicht so ausreichend ist. Aber ich glaube, wir haben dank der guten Vorbereitung der Sekretariate, die möchte ich jetzt auch mal loben, bekommen ja eh zu wenig Lob. Es ist doch wieder geglückt, die entsprechenden Räumlichkeiten zu besorgen und auch die entsprechenden Vorbereitungen abzuwickeln, wobei das gerade in dem heutigen Fall auch gar nicht so einfach war. Das soll ja auch jetzt gesagt sein. Ich begrüße Sie natürlich auch im Namen meines Kollegen Klaus Ernst, der auch gleich noch das Wort bekommt. Aber wir haben heute einen einzigen Tagesordnungspunkt. Das ist ein Antrag der CDU-CSU, aber auch ergänzt durch einen Antrag der Fraktion Die Linke. Dabei handelt es sich um den Tagesordnungspunkt Weitere Aufarbeitung der Stellenbesetzung des Vorsitzenden der DENA-Geschäftsführung sowie aktuelle Berichterstattung zu möglichen Compliance-Verstößen und zur Personalpolitik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und es handelt sich um den Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zur aktuellen Berichterstattung über mögliche Interessenkonflikte in der Leitungsebene des BMWK bei Industriepolitik, Außenwirtschaftspolitik, Digital- und Innovationspolitik und hier insbesondere bei der Start-up-Förderung. Wir haben, bevor wir inhaltlich anfangen, kurz darauf hinzuweisen, dass es bei, nicht nur bei der Terminierung und nicht bei der Öffentlichkeit dieser Sitzung, aber bei dem Ablauf dieser Sitzung unterschiedliche Auffassungen gab, ganz konkret zwischen Opposition und Regierungskoalition. Das darf man, glaube ich, einleiten und sollte man auch einleitend erwähnen. Der Kollege Ernst und ich waren sehr dafür, das Befragungsformat der letzten Woche auch heute anzuwenden mit entsprechenden Runden, vier Minuten Fragemöglichkeit für die einzelnen Kollegen. Wir haben gestern ein Schreiben bekommen aus der Fraktion der Grünen, dass heute nicht wie in der letzten Woche dieses Befragungsformat auch einzeln mit der direkten Befragung durchgeführt werden soll, sondern so wurde es dann auch entsprechend beantragt in unseren gemeinsamen Ausschüssen, dass jetzt Gefragen gesammelt werden sollen und nicht mehr vier Minuten Zeit dafür besteht, sondern nur noch eine Minute. Das heißt, wir können jetzt danach nicht mehr direkt jemanden befragen, sondern wir sammeln jetzt von allen Fraktionen jeweils Fragen, die dann auch geschlossen beantwortet werden. Ich will das vielleicht einleitend sagen. Ich habe da die Wortmeldung gesehen von dem Kollegen Jung. Der Kollege Meiser hat sich auch gemeldet. Ich will nur eingangs sagen, dass wir das auch im Wirtschaftsausschuss und soweit ich weiß, auch im Parallelausschuss, auch was die Abläufe der heutigen Sitzung betrifft, diskutiert haben, auch mit Blick auf die Geschäftsordnung des Bundestages. Ich sollte erwähnen, dass eine erste Prüfung ergeben hat, dass man wie immer auch unterschiedliche Interpretationen durchführen kann, dass aber keine offensichtliche, wie heißt das, Rechts, keine offensichtliche Unzulässigkeit dieses Beschlusses gibt. Insofern werden wir als Vorsitzende, die wir Wert darauf legen müssen, dass die Sitzung ordnungsgemäß abläuft, dann auch diese Beschlüsse, so wie sie gefasst sind, dann jetzt auch umzusetzen haben. Also statt vier Minuten werden wir jetzt dann lediglich eine Minute lang die Fragen haben und dann nicht direkt, sondern einzeln gesammelt. Nicht einzeln, sondern gesammelt. So ist der Beschluss, der beantragt wurde von der Ampel und dafür gab es auch eine Mehrheit in den jeweiligen Ausschüssen. Ich darf das, glaube ich, sagen, dass der Kollege Ernst und ich, nachdem wir gestern davon Kenntnis von dieser Änderung erlangt haben, auch die Obleute angeschrieben haben und mitgeteilt haben, dass wir das für eine inakzeptable Beschränkung der Fragemöglichkeiten halten. Das ist unsere Auffassung, das haben die Beschlüsse gezeigt in den jeweiligen Ausschüssen, jedenfalls von den Fraktionen der Regierung oder der regierungstragenden Fraktion anders gesehen und deswegen ist es so beschlossen worden. Das nur mal einleitend zu dem bisherigen Verfahren. Ich habe jetzt Wortmeldungen dazu von dem, also vielleicht der Kollege Ernst noch als Ergänzung dazu, bevor wir die Wortmeldung, die wir jetzt haben, dazu aufrufen. Ich wollte es noch ergänzen, ich habe das auch sehr bedauert, weil das Verfahren, das wir beim letzten Mal gewählt haben, eigentlich ein sehr effektives und ausführliches Verfahren war und vor allen Dingen dazu geführt hat, dass die Fragen auch einzeln beantwortet wurden, die gestellt wurden. Das ist jetzt schwieriger. Wir werden das so verfahren, aber ich glaube, wir beide werden dann auch darauf achten, weil es ja sechs Fragen hintereinander sein werden, die gestellt werden, dass auch jede Frage beantwortet wird und gegebenenfalls auch noch darauf hinweisen, dass vielleicht noch eine Frage offen ist, sodass wir ein einigermaßen vernünftiges Verfahren dann gemeinsam hinkriegen. Ich glaube, das ist dann auch im Interesse aller. Ansonsten hoffe ich, dass wir das wieder genauso vernünftig durchführen können wie beim letzten Mal. Und wir können dann, Michael, in die entsprechenden Redewünsche einsteigen. Ja, soweit ich das gesehen habe, habe ich jetzt die Meldung der Kollegen Jung, Meiser und Holm. Andreas Jung bekommt das Wort. Sehr geehrte Herren Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, Robert Habeck hat in der vergangenen Sitzung in unserer gemeinsamen Ausschusssitzung und auch im Plenum erklärt, dass er bereit ist, öffentlich umfassend zu allen Fragen hier Rede und Antwort zu stehen. In der letzten Sitzung war es dann aber so, dass die Mehrheit der Ampelfraktionen gegen die Öffentlichkeit gestimmt hat. Diesmal wurde unserem Antrag auf Öffentlichkeit entsprochen. Sie wollen aber das Fragerecht beschneiden. Das Fragerecht ist ein parlamentarisches Kernrecht. Ich teile und meine Fraktion teilt ausdrücklich die Auffassung der beiden Vorsitzenden, dass wir genauso, wie wir es in der letzten Sitzung gemacht haben, heute wieder verfahren sollten. Vier Runden mit vier Minuten mit der Möglichkeit, den Herrn Minister und die Staatssekretäre direkt zu befragen. Frage und Antwort. Sie wollen stattdessen allgemeine Debattenrunden der Fraktionen und keine direkten Fragen. Sie wollen statt vier mal vier, vier Minuten in vier Runden, wollen Sie eine Minute. Das sind 75 % weniger Zeit als das letzte Mal. Sie wollen die Zeit ganz erheblich beschneiden und Sie wollen die direkte Fragemöglichkeit nicht zulassen. Damit beschneiden Sie parlamentarische Rechte. Wer für Transparenz stehen möchte, der muss für Transparenz stimmen. Ich stelle für unsere Fraktion den Antrag, dass wir dasselbe Verfahren wählen, wie in der vergangenen Sitzungswochen. Vier Runden mit vier Minuten pro Fraktion mit der Möglichkeit, direkt zu fragen und direkt Antworten zu bekommen. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass wir in den jeweiligen Ausschüssen schon abgestimmt haben. Aber jetzt kommt der Kollege Meiser, der das Wort hat. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ziel der heutigen Sitzung, so habe ich alle Fraktionen verstanden, sollte ja sein, für größtmögliche Aufklärung und Transparenz zu sorgen. Deswegen begrüßen wir als Link auch ausdrücklich, dass die heutige Sitzung, anders als beim letzten Mal, öffentlich stattfindet. Umso unverständlicher ist mir allerdings auch, warum die Ampelkoalition mit ihrer Mehrheit heute hier durchsetzen will, dass das beim letzten Mal bewährte Verfahren, dass ein Abgeordneter in der Wahrnehmung seiner parlamentarischen Kontrollpflichten und Rechte den Minister und die Staatssekretäre nicht direkt befragen und direkt Antwort darauf bekommen kann. Ich habe auch in den Debatten, die wir schon hatten dazu, kein einziges Argument gehört, warum das sich beim letzten Mal nicht bewährt haben solle. Der einzige Unterschied heute ist es öffentlich. Und ich meine, da stellt sich doch die Frage, warum tun Sie das? Ich würde sagen, Sie schießen sich ein großes Eigentor. Aber warum tun Sie es denn? Sie erwecken doch den Anschein, Sie hätten mit der direkten Frage und Antwort ein Problem. Oder Herr Minister Habeck oder die Staatssekretär hätten ein Problem damit. Ich habe beim letzten Mal nicht den Eindruck, dass dem so war. Warum tun Sie das heute so? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Direkte Frage, direkte Antwort, das wäre der richtige Weg. Deswegen unterstützen wir auch den Vorschlag der Unionsfraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte für meine Fraktion das Unverständnis ausdrücken, über diesen Wunsch der Ampelfraktionen in einen neuen Modus überzugehen, der eben nichts zur Aufklärung beitragen wird. Wir haben in der letzten Sitzung ein gutes Verfahren gehabt. Das hat dabei geholfen, dass wir Fragen beantworten lassen konnten, dass wir Nachfragen stellen konnten. Direkte Frage, direkte Antwort. Und in einem solchen Fall, wo sich eigentlich doch alle die Transparenz auf die Fahnen geschrieben haben, sollte es eben auch genau so stattfinden. Weil wir alle wissen, was passiert, wenn wir Fragen sammeln. Und es werden viele Fragen sein, dass Fragen hinten runterfallen, dass wir keine Nachfragen stellen können, die sich auf eine konkrete Antwort beziehen. Und so kann es nicht sein. So dürfen wir uns die parlamentarischen Rechte der Abgeordneten nicht beschneiden lassen. Deswegen stellen auch wir den Antrag, dass wir zum Modus der letzten Sitzung zurückkehren, weil nur dann eine ordentliche Aufklärung und Transparenz möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Es ist die Wünsche absolut akzeptabel. Allerdings war es ja nun so, dass wir in unseren jeweiligen Ausschüssen genau diesen Gegenstand abgestimmt haben. Und es ist so, dass nach der Geschäftsordnung bei Ausschüssen, die gemeinsam tagen, alle Gegenstände, die zu beschließen sind, in den einzelnen Ausschüssen zu beschließen sind. Nachdem in den einzelnen Ausschüssen beschlossen wurde, wäre eine zusätzliche Abstimmung hier aus meiner Sicht nicht akzeptabel, weil es ja schon entschieden ist. Ich würde deshalb bitten, dass wir jetzt die, ich glaube, die Meinungen sind auch gut ausgetauscht. Unabhängig davon, wo wir unsere persönlichen Prioritäten haben, haben wir gesagt. Ich finde es auch sehr bedauerlich, dass das so läuft. Aber dann sollten wir jetzt wirklich in die Befragung einstellen. Jetzt haben wir aber noch mal eine Wortmeldung von Kollegen Jung. Herr Vorsitzender, ich möchte doch darum bitten, dass hier abgestimmt wird. So haben wir es in der vergangenen Sitzung auch gemacht. Mit derselben Geschäftsordnung. Nein, es ist nicht rechtswidrig. Es ist hier eine Sitzung, bei der zwei Ausschüsse zusammenkommen. Und es ist in der letzten Sitzungswoche gelungen, eine Abstimmung zunächst des einen Ausschusses und eine Abstimmung des anderen Ausschusses herbeizuführen. Und ich möchte schon bitten, dass hier öffentlich, das möchten Sie ja vermeiden. In der nicht öffentlichen Sitzung haben Sie diese Anträge abgelehnt. Und jetzt in der öffentlichen Sitzung möchten Sie noch nicht mal dazu Stellung nehmen. Ich stelle fest, es gibt keinen einzigen, der jetzt ein valides Argument dagegen vorgebracht hat. Sie möchten noch nicht mal dazu Stellung nehmen. Erklären Sie uns bitte, warum möchten Sie Frage und Antwort nicht zulassen? Robert Habeck ist dazu bereit. Er hat das das letzte Mal nicht nur gemacht. Er hat das letzte Mal die Bereitschaft erklärt. Und Sie möchten noch nicht mal dazu Stellung nehmen. Sie möchten noch nicht mal dazu abstimmen. Ich beantrage, dass es getrennte Abstimmungen der beiden Ausschüsse zu unserem Antrag gibt. Also der Hinweis, dass die ja schon stattgefunden haben in den Ausschüssen, ist natürlich richtig. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen. Die Kollegin Badum für die Bündnis 90 Die Grünen und der Kollege Komning für die AfD. Und dann würde ich auch empfehlen, dass wir dann vielleicht auch die Zeit nutzen, um dann in die Befragung einzusteigen. Naja, auch wenn ich mir eine andere Art der Befragung wünschen würde. Das nutze ich jetzt, wo ich gerade Beifall bekommen habe. Also die Kollegin Badum, wo ist sie? Da, bitteschön. Herr Vorsitzender, ich stimme Ihnen völlig zu. Wir sollten in die Fragerunde einsteigen. Es ist ein bewährtes Verfahren, sozusagen Debattenrunden zu machen. Das kennen wir alle. Darf ich kurz ausreden, bitte? Das kennen wir alle aus unseren Ausschüssen. Es wird Frage und Antwort geben. Und die Vorsitzenden werden selbstverständlich nachhaken, wenn Fragen auch nicht beantwortet sind. Wir haben hier für völlige Transparenz gesorgt. Die Sitzung ist öffentlich, ist über den Livestream erhältlich. Alle Ihre Fragen können heute geklärt werden. Und deswegen schlage ich jetzt vor, dass wir in das Verfahren entsprechend noch einsteigen. Herr Kollege Komning, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht noch mal abschließend aus juristischer Sicht. Bisher wurde immer politisch argumentiert und auf die Transparenz abgestellt. Ich habe es vorhin schon im Wirtschaftsausschuss gesagt. Wir haben eine Geschäftsordnung. Diese Geschäftsordnung gilt zunächst. Man kann von dieser Geschäftsordnung abweichen, wenn sich alle darüber einig sind, dass davon abgewichen wird. Wenn sich nicht alle einig sind darüber, dann gilt die Geschäftsordnung. Punkt. Und dann kann nicht darüber abgestimmt werden, wie ein Prozedere, das in der Geschäftsordnung festgelegt ist, wo im Übrigen auch die Minderheitenrechte der Oppositionsfraktionen berücksichtigt sind. Da kann die Geschäftsordnung nicht mit einer Mehrheit des Ausschusses einfach außer Kraft gesetzt werden. Das geht so nicht. Das ist rechtlich nicht zulässig. Deswegen noch mal. Die Abstimmungen sind vorhin so verlaufen, dass kein Einvernehmen hergestellt wurde. Und deswegen gilt die Geschäftsordnung. Und deswegen muss aus meiner Sicht auch so der Ablauf dieser Sitzungen verlaufen, wie die Geschäftsordnungen es vorsehen, nämlich unter Berücksichtigung der Minderheitenrechte. Anderenfalls, das ist mein letztes Wort, anderenfalls könnte ja die Mehrheit des Ausschusses einfach sagen, die Opposition, die kriegt nur 20 Sekunden Fragerecht. Das geht aber auch nicht. Deswegen gibt es die Geschäftsordnung mit der Beachtung der Minderheitenrechte. Danke. Ich glaube, wir haben ja auch im Wirtschaftsausschuss da ausführlich darüber diskutiert und ist auch deutlich geworden, dass ich von dieser Argumentation eigentlich auch sehr viel halte. Aber eine überschlägige Prüfung dieses Beschlusses hat ergeben, dass keine offensichtliche Rechtswidrigkeit besteht. Insofern ist das auch so weit geklärt. Ja, wenn es Bedenken gibt, ich bin nun auch Jurist genug und ich war ja auch mal als Notar tätig, vielleicht glauben Sie mir, dann müssen wir jetzt, weil wir ja auch irgendwann zur Befragung kommen wollen, mit all den Vorbehalten, die es rechtlich auch weiterhin geben wird und die ich teilweise auch teile, dann müssen wir das nachträglich überlegen, welche Auswirkungen das haben kann. Ich schlage nur vor, dass wir jetzt, wenn auch mit einer verkürzten Zeit und in einem anderen Format dazu kommen, die Bundesregierung zu befragen. Wenigstens das sollten wir jetzt machen, auch wenn die Opposition geschlossen, sich wünscht, dass wir das in einem anderen Verfahren in einer längeren Zeit hätten durchführen können. Das ist jedenfalls mein Vorschlag jetzt. Und deswegen haben wir das sowohl in den Ausschüssen, wie es im Übrigen in der Geschäftsordnung dann vorgesehen ist, jeweils entschieden mit Mehrheit durch die Ampel, dass es jetzt so sein soll, wie es ist, in Abweichung zu der, wie ich finde, auch guten Vorgehensweise in der letzten Woche, die dann nicht öffentlich war. Aber wie auch immer, ich denke, wir kommen jetzt mal dazu, dass wir auch in die Befragung eintreten. Und deswegen wird es so sein, dass wir dann jetzt eine Minute lang jede Fraktion die Möglichkeit hat, eine Frage zu stellen. Und wir machen dann jeweils eine Runde der Fraktionen durch. Und dann wird entsprechend geantwortet. Wir beginnen bei diesen zwei Runden abwechselnd mit den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses und kommen dann zu den Mitgliedern des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Vorher, wenn es gewünscht wird, würde ich dem Herrn Bundesminister noch das Wort geben für eine kurze Einleitung, falls das noch erforderlich ist. Und dann beginnen wir mit den Fragen. Die hervorsitzenden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, ich würde gerne einen Aspekt, der ja doch sehr breiten Titelgebung herausarbeiten, einen Aspekt nur, weil ich sonst zu lange reden würde. Und ich möchte ihn gerne politisch einordnen oder kommentieren. Und das ist der Aspekt von Finanzbeteiligung beziehungsweise möglichen Interessenkonflikten. Alle anderen Fragen, Patrick Reichen, Dehner und so weiter, dann natürlich gerne in der bewährten Dialogrunde. Erst einmal möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass Politik nicht nur im eigenen Saft schwimmt und dass es gelungen ist, an verschiedenen Stellen, nun auch im BMWK mit Udo Philipp, einen Wirtschaftsexperten, einen erfolgreichen Manager zu gewinnen, noch einmal Zeit und Nerven und Kraft für das Gemeinwohl aufbringen zu lassen und in die Politik zu wechseln. Seine Expertise, Kenntnisse der Märkte, Kenntnisse von Unternehmen, Kenntnisse von Mittelstand, Kenntnisse von Start-ups sehen, helfen, denke ich, bei der Erneuerung von Wirtschaft und Wohlstand. Aber der politische Punkt dahinter ist, dass wir uns fragen wollen, ob Menschen, die in der Wirtschaft tätig waren, dann auch in der Politik ihr Wissen einbringen können. Ich würde das bejahen, sonst in der Tat kreisen wir am Ende, wir, die vielleicht nicht diesen Hintergrund haben, nur noch um uns selbst. Das begrüße ich also sehr und freue mich, dass Udo Philipp diesen Weg gegangen ist. Ich möchte kurz, nur kurz darauf hinweisen, was der Rechtsrahmen für Finanzbeteiligung oder Finanzgeschäfte insgesamt ist. Zu nennen ist einmal die Marktmissbrauchsverordnung der Europäischen Union. Die verbietet Insidergeschäfte und Marktmanipulation. Wie jede Verordnung geht es detailreich weiter. Aber das ist sozusagen der allgemeine große Rechtsrahmen. Neben dem Dienstrecht für Beamten, dort ist zu nennen einschlägig der Paragraf 61, der sagt, dass das Amt nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig zu führen ist. Dann gibt es eine Reihe von konkreten Ausarbeitungen und Hinweisen für die Bundesregierung. Da hat sich meiner Kenntnis nach in dieser Legislatur nichts geändert. Das heißt also, das BMWK, damals BMWI, arbeitet entlang der Compliance-Verordnung, Vorschriften, Leitfäden der alten Bundesregierung, die immer federführend von BMI, also dem Innenministerium, ausgearbeitet wird und dann natürlich für die anderen Häuser gilt. Umgesetzt werden sie dann jeweils in Schulungen, in Handreichungen, in den Häusern individuell. Auch die Referatsaufstellung in den Häusern Compliance-Referat, wie bei uns im Ministerium vorhanden, erfolgt dann entlang der Aufstellung des Hauses. Da hat sich in meinem Haus seit der Amtsübernahme vor wie viel? 16, 17 Monaten formal nichts geändert. Diese Rechtsnormen sagen alle, dass Interessenskonflikte zu vermeiden sind und sie definieren über die verschiedenen juristischen Ausführungen Interessen im Grunde so, dass dienstliches Handeln nicht von einem privaten Interesse geleitet werden darf. Das ist also die Frage, die heute dann im Raum steht. Dienstliches Handeln darf nicht von einem privaten Interesse geleitet werden. Das wäre dann sozusagen das, was verboten ist in den verschiedenen Ausformulierungen. Sie sagen wiederum nicht, dass man als Beamter oder als Mitglied eines Parlamentes sich nicht in Fonds oder in Gesellschaften engagieren darf. Noch nicht mal sagen Sie, dass es anzeigepflichtig ist oder transparent gemacht werden muss. Und das hat Udo Philipp getan. Er hat also mehr getan bei Amtsantritt und dann jetzt auch in den Nachfragen als eigentlich diese Normen vorgeben. Der politische Punkt, auf den ich hinaussteuern wollte, ist, dass wir, wenn wir politische Entscheidungen treffen, natürlich immer auch Entscheidungen über die Wirtschaft oder über wirtschaftliche Perspektiven treffen. Und dass uns das allen bewusst sein muss. Und wenn man das in Frage stellt, man über die Regelsetzung insgesamt reden darf. Ich möchte ein paar Beispiele nennen von verschiedenen. Die Handelspolitik, häufig diskutiert, jedenfalls im Wirtschaftsausschuss, eröffnet Unternehmen neue Marktzugänge. Logischerweise. Wenn man Fonds hat, sind in den Fonds Aktien. Diese Aktien bilden Unternehmen ab. Und diese Unternehmen mögen davon profitieren. Wenn wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufstellen bei Corona oder auch in den Zeiten danach, beispielsweise die Lufthansa retten, ein Vorgang aus der letzten Legislaturperiode, mag es sein, dass Abgeordnete oder Beamte oder Staatssekretäre in der letzten Legislaturperiode Fonds hatten, in denen die Lufthansa drin war. Wenn wir über Gesundheitspolitik oder Digitalisierungspolitik diskutieren, mag es sein, dass in Fonds Aktien von Unternehmen drin sind, die davon profitieren. Wenn wir die Ukraine militärisch unterstützen, mag es sein, dass in irgendwelchen Fonds auch Aktien von Rüstungsunternehmen sind, die davon unterstützen, davon profitieren. Ich will damit also sagen, die Rechtsnorm, wie unser tätiges Handeln führt zu diesen Fragen. Logischerweise. Die Frage, die im Raum steht, ist aber, ist unser Handeln geleitet von der privaten Interessenswahrnehmung? Das ist die Frage, die beantwortet werden muss. Und für Udo Philipp, ich hoffe, das können wir in den Befragungen dann klar machen, kann ich sie dann klar verneinen. Ich will für meine Seite gerne sagen, dass wir, wenn uns das nicht reicht, die Regeln überprüfen können, gegebenenfalls anschärfen können. Es gibt andere Beispiele. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission hat weit strengere Transparenzvorschriften, auch für die Abgeordneten, wo dann die Fonds öffentlich gemacht werden müssen oder jedenfalls für die Kommissionsmitglieder. Die französische Regierung oder die französische Kultur schreibt vor, dass nicht nur Anteile an Finanzfonds, sondern auch privates Vermögen, also Häuser, Wohnungen und private Schuld öffentlich gemacht werden muss. Denn es mag ja auch Interessenkonflikte dargeben. Wer viele Wohnungen hat, mag möglicherweise beeinflusst sein, wenn es um Mietpreisbremsen geht. Wer Eigentum besitzt oder erwerben will, mag möglicherweise beeinflusst sein davon, wenn es um Grunderwerbsbesteuerungsfragen geht. Und wer private Schuld hat, das ist vielleicht der größte Moment, wo man denken kann, na ja, da kann es ja eine Abhängigkeit geben. Der mag möglicherweise auch dort eine Art Befangenheit haben. Ich will damit sagen, wenn wir das Gefühl haben, dass diese in der Natur der Sache stehende Interessensüberschneidung weiter aufgeklärt werden muss, dann lassen Sie uns über Regelnverschärfungen reden. Dann allerdings über Regelverschärfungen für alle Ministerien, für alle, die davon betroffen sind, für alle, die sich im Parlament fragen müssen, ob sie der Transparenz Genüge führen. Was ich nicht richtig finde, ist hier ein Einzelfallbeispiel zu exemplifieren, nur weil ein Staatssekretär in diesem Fall aus der privaten Wirtschaft in die Politik gewechselt ist. Zu dieser Diskussion bin ich gerne bereit. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Minister, für diese einleitenden Worte. Und dann kommen wir jetzt zu der ersten Fragerunde. Es beginnt für die SPD, Bernd Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gut, dass wir jetzt zum Zweck der Sitzung kommen, zur Aufklärung von Sachverhalten. Herr Staatssekretär Philipp und auch das Bundeswirtschaftsministerium haben die Beteiligung an einigen Fonds veröffentlicht. Meine Fragen sind, hatten Sie Kenntnis bezüglich der Förderung eines der Unternehmen, nämlich African Green Tech, welches mit mehreren 10.000 Euro durch das Ministerium gefördert worden ist? Zweitens, waren Sie bei der Förderentscheidung beteiligt? Drittens, welche Rolle hatten Sie bei der Berufung von Mitgliedern des Beirates Junge Digitale Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, insbesondere bei der Berufung von Sebastian Böhmer, in dessen Fonds First Momentum Venture Sie ebenfalls investiert haben? Und haben Sie, letzte Frage, haben Sie aktiv für den Beirat im BMWK diese Person empfohlen? Herzlichen Dank. Das waren 48 Minuten, Herr Vorsitzender. Genau, also das ist fast bewundernswert, wenn wir das jetzt noch so machen, dass man einzeln fragt und einzeln antwortet. Ich glaube, das hatten wir jetzt anders entschieden. Wir müssen jetzt am Anfang immer klar machen, wem wir die Frage stellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging das konkret an Staatssekretär Philipp. Dann hat jetzt das Wort Julia Klöckner für die CDU-CSU. Danke schön. Meine Fragen gehen auch an Staatssekretär Philipp und Sie müssen nicht schnell mitschreiben. Ich händige Ihnen die Fragen auch aus, damit keiner untergeht. Erstens, im Bankblock haben Sie, Herr Philipp, am 18. März 2018 einen Beitrag veröffentlicht. Zitat. Ich komme aus der Finanzwirtschaft. Ich war sozusagen eine der größten Heuschrecken in Deutschland. Und hier werden Klima und Finanzindustrie plötzlich zu Partnern. Meine Frage an Sie, sehen Sie keinen Konflikt, dass Sie heute für die Themen zuständig sind, bei denen Sie selbst Investor sind. Zweite Frage. Wurden Sie vor Ihrer Ernennung zum Staatssekretär vom BMWK auf mögliche Interessenskonflikte hingewiesen? Drittens, wann und in welcher Form haben Sie das BMWK über ihre privaten Beteiligungen und Investitionen informiert? Viertens, wen haben Sie über ihre privaten Beteiligungen und Investitionen dann genau informiert? Fünftens, wusste der Minister davon, wenn ja, wann und in welcher Form? Sechste Frage. Nachdem Sie seine oder eine Beteiligung oder Ihre Beteiligung gegenüber dem BMWK angegeben haben, ist genau was passiert? Haben Sie eine schriftliche Reaktion des BMWK auf diese Anzeigen erhalten? Und wenn ja, welchen Inhalt? Siebtens. Ja, jetzt kriegen wir, das ist jetzt natürlich so, jetzt hätten wir vielleicht noch drei Minuten, aber jetzt haben wir nur eine gehabt. Dann müssen wir die nächste Frage in der nächsten Runde stellen. Gut, ich darf Ihnen das gehen, damit nichts untergeht, bitte. Das ist aber nett. Ja. So, die Kollegin Detzer hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin froh, dass wir die Anhörung nach dem bewährten Verfahren des Wirtschaftsausschusses durchführen können, die Diskussion hier. Meine Frage richtet sich noch mal auf die Neubesetzung der Stelle des Staatssekretärs, die jetzt dankenswerterweise sehr schnell vollzogen wurde nach dem Ausscheiden von Patrick Reichen. Der Nachfolger ist ja der Staatssekretär jetzt im hessischen Wirtschaftsministerium, Philipp Nimmermann. Wir haben viel diskutiert über die Frage, wie werden auch welche Kriterien werden herangezogen, um zentrale Stellen auch im BMBK zu besetzen? Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die Diskussion noch mal lenken auf die Frage an den Bundeswirtschaftsminister, welche Kriterien wurden für die Berufung von Herrn Nimmermann angelegt und was war bei der Eignung entscheidend? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt kommt Leif-Jerik Holm für die AfD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Minister Habeck. Die Africa Green Tech hat ja Fördermittel bekommen in 2022 aus dem BMBK. Wie ist das mit den Vorgaben zur Korruptionsprävention des BMBK zu vereinbaren, nach denen ja schon der Anschein vermieden werden muss, für Vorteile empfänglich zu sein? Vor der Berufung von Sebastian Böhmer in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, sind Sie dort bereits informiert worden, dass Herr Philipp Anteil an einem Fonds hält, zu dessen Gründern Sebastian Böhmer gehört? Dritte Frage. Warum hieß es zunächst gegenüber der Presse, Staatssekretär Philipp habe keine Kenntnis über diese Förderung von Africa Green Tech? Wie erklären Sie sich das? Nächste Frage. Können Sie ausschließen, dass der neue Staatssekretär Philipp Nimmermann über Fonds- und Firmenbeteiligung oder Beziehungen zu Organisationen verfügt, an die Aufträge von BMBK vergeben wurden? Und wenn ja, auf welcher Grundlage? Danke. Ja, das war aber auch perfekt in der Zeit. Jetzt zum Abschluss der ersten Fragerunde. Ach ja, zwei noch. Da war doch noch was. Also es kann doch nicht sein, dass ich die FDP übersehe. Doch, offensichtlich schon, Herr Vorsitzender. Ich bitte mehrfach um Entschuldigung. Lieber Herr Kollege Huben, Sie haben das Wort für eine Minute. Die Herren Vorsitzenden, Herr Minister, ich habe eine Frage an Staatssekretär Philipp. Nach Presseberichten hat der Leiter der Wärmeabteilung, Christian Maas, nach eigener Aussage, alle seine Anteile am Hamburg-Institut, dass Konzepte für die Energiewende entwickelt verkauft, die er vor seiner Zeit im Ministerium führte. Dass für Herrn Maas ein besonderer Maßstab oder ein anderer Maßstab als für sie gilt, liegt nach Aussagen des BMBK daran, dass das Hamburg-Institut im Kern den Themenbereichen von Herrn Maaßen entspricht. Aus meiner Sicht betreffen aber auch die Beteiligungen von Ihnen, Herr Philipp, den Themenbereich Start-ups. Wieso wurde die Gefahr eines Interessenkonflikts dennoch anders bewertet als bei Herrn Maas? Und warum haben Sie persönlich nicht auch die Konsequenz entsprechend gezogen, wie Herr Maas und Ihre Beteiligung verkauft? Vielen Dank. Pascal Meiser jetzt abschließend für die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei sehr konkrete Fragen an Herrn Staatssekretär Philipp. Zunächst ganz generell, halten Sie es für problematisch oder für unproblematisch, wenn ein Unternehmen, an denen Sie als Staatssekretär direkt oder indirekt beteiligt sind, von den Entscheidungen Ihres Ministeriums wirtschaftlich, finanziell profitiert. Zweitens, Herr Philipp, könnten Sie bitte hier nochmal für alle abschließend darlegen, an welchen Unternehmen Sie tatsächlich beteiligt sind, direkt oder indirekt? Ausweislich dessen, was man lesen konnte, sind Sie ja auch an diversen Fonds beteiligt, die aber ja nach meiner Kenntnis unmittelbar auch in konkrete Unternehmen investieren. Und es wäre der Transparenz wegen, glaube ich, für alle wichtig zu wissen, über welche Beteiligung wir in Gänze hier sprechen, um den Vorgang beurteilen zu können. Und das Letzte. Können Sie ausschließen, dass außerhalb des bekannten Falls Afrika Green Tech noch weitere Unternehmen, an denen Sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, von Entscheidungen des Ministeriums wirtschaftlich profitiert haben? Dankeschön. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass die meisten Fragen gingen ja an den Herrn Staatssekretär, dass er dann beginnt mit den Antworten. Und ich glaube, Herr Minister, wenn Sie dann ergänzen, weil das war ja dann... Ich würde gerne, Herr Vorsitzender, mit Verlaub, in der hierarchischen Reihenfolge bleiben und kurz anfangen. Wenn Sie darauf Wert legen, können Sie das gerne machen. Dann betrifft es ja nur eine Frage, glaube ich, die an Sie gestellt wurde. Herr Philipp wird auf alle Fragen antworten, wenn Sie mir erlauben. Ich wollte nur vermeiden, dass Sie auch noch auf Fragen an Herrn Philipp antworten, weil dann die Zeit... Wir sind ja sozusagen bei dem Fragerecht auch schon ein bisschen eingeschränkt worden. Es wäre schön, wenn wir nicht bei den Antworten dann auch noch doppelte Antworten bekommen. Aber darf ich sagen, was ich sagen möchte? Ja, aber hundertprozentig. Danke schön. Zu dem, was Sie gefragt wurden, würde ich vorschlagen. Dann erst einmal, ich habe den derzeitigen Staatssekretär Nimmermann in Hessen nach der Trennung von Patrick Reichen gefragt, ob er sich vorstellen kann, nach Berlin zu gehen, weil er nach Bestätigung seiner bisherigen Minister und auch nach dem, was ich weiß über ihn, ein Mann ist, der Prozesse sehr gut strukturieren kann, weil er ein zugänglicher Mensch ist, weil er sich schnell in Themen einarbeiten kann, weil er schnell zur Verfügung steht. Er ist ja schon im Staatsdienst, weil er ein sehr erfahrener Verwaltungschef ist und ein guter Kenner von Energiemärkten. Und mit erlaubt, Herr Vorsitzender, ich möchte gerne zwei Fragen dennoch mitkommentieren, weil sie von Relevanz sind. Die erste Frage, da möchte ich gerne auf mein Eingangsstatement verweisen. Noch einmal, es ist erlaubt und ich würde sagen, die Bundesregierung will ja gerade eine Aktienrente einführen, sozusagen auch noch gewollt, dass Beamte Fonds haben. Das heißt, es gibt gar keine Anzeigepflicht davon und ich müsste es auch so formulieren, am Ende stimmt auch die Legislative immer wieder darüber ab, welche Unternehmen gerettet werden, welche Politiken wir fortsetzen. Die Frage von Interessenkonflikten stellt sich nicht nur für Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium, sondern genauso für andere Beamte. Und deswegen, sowohl auf die Fragen, die Udo Philipp bei Anzeigepflicht, Veröffentlichungspflicht und Interessenkollision gestellt wurden, ist diese Frage juristisch und compliance-rechtlich beantwortet. Die Leitfrage muss sein, gibt es ein privates Interesse, das Dienstliches mit Privaten verquickt? Darauf wird Udo Philipp gleich antworten. Und die zweite Kommentierung, die ich gerne machen möchte, betrifft den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, weil vielleicht nicht ganz bekannt ist, was das für ein Beirat ist. Es ist ein Beirat, der 2013 geschaffen wurde, der Mitglieder beruft für immer ein bis zwei Jahre, also es ist keine dauernde Mitgliedschaft, der seit 2013 83 Mitglieder hat, der derzeit 29 Mitglieder hat. Dieser Beirat ist rein ehrenamtlich, er kriegt keine Aufwandsentschädigung, keine Gelder, er hat eine rein beratende Funktion und organisiert sich selbst. In diesem Beirat sind verschiedene Akteure und mir war es wichtig, mir war es wichtig, dass gerade, weil wir da ein extremes Finanzproblem haben, dass aus den Start-up-Szenen heraus Gründerinnen und Gründer dabei sind und vor allem aus dem studentischen Milieu hinaus, denn das werden Sie politisch einordnen können, da haben wir viel Wissen, aber wir können es nicht in wirtschaftliche Tätigkeit häufig genug übersetzen. Deswegen wussten meine Staatssekretäre und die Beamten im Haus, dass meine Vorgabe war, sucht dort Leute, die auch Unternehmensgründung aus den Unis heraus machen können. Und Udo Philipp hat dann Namen genannt, dazu gehörte dann auch Herr Böhmer. Herr Böhmer ist seit fünf Jahren Start-up-Gründer, ein Student für Studenten, inzwischen nicht mehr Student, aber es ist eine studentische Start-up-Firma, wenn Sie so wollen, für Studierende. Und diese Expertise haben wir an keiner anderen Stelle gefunden. Deswegen fand ich es eine gute Idee und ich habe das Ding am Ende abgezeichnet, eine gute Idee, dass diese Expertise ebenfalls vertreten war. Soweit von mir. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Staatssekretär Philipp, Sie haben jetzt das Wort. Okay, dann versuche ich das mal nach sozusagen besten Kenntnissen und Gewissen zu machen. Also die erste Frage von Herrn Westphal. Hatte ich Kenntnis über die Förderung der Africa Green Tech? Ich hatte keine Kenntnis darüber. Das liegt daran, dass ich mit der Entscheidung, das war die zweite Frage, eben auch nicht befasst wurde. Das wiederum liegt daran, dass Entscheidungen dieser Art, also sprich Förderungen von kleinen Unternehmen, eben nicht politisch von Staatssekretären entschieden werden. Staatssekretäre entscheiden über Förderrichtlinien mit. Aber die einzelnen Förderungen werden von Projektträgern gemacht und gehen nicht in die politische Leitung des Hauses hoch. In diesem Fall war es eine Energieförderung, die Sie angesprochen haben, die, selbst wenn sie hochgegangen wäre, wäre sie nicht zu mir gegangen. Aber wie gesagt, sie ist auch nicht in die Leitung gegangen. Die ist rein fachlich entschieden worden. Zu der Frage der Berufung von Herrn Böhmer hat der Minister bereits alles gesagt. Herr Böhmer ist der erste oder ist einer von fünf Personen, die den ersten studentischen Venture Capital Fonds gegründet haben. Und das ist der Grund, weshalb er in diesem Beirat mit drin ist. Dann würde ich zu den Fragen kommen, die Frau Klöckner gestellt hat. Sie haben mir gesagt, ich komme aus der Wirtschaft sozusagen. Und ich habe mich in der Tat einmal selbst ironisch als Heuschrecke bezeichnet. Wie Sie wissen, kommt diese Bezeichnung. Sie wissen, von wem die kommt. Und ich habe aber, das ist der Grund, weshalb ich in die Politik gegangen, eben in meiner Zeit bei einem großen Private Equity Fonds eben wirklich sehr viele Dinge miterlebt. Ich war mitverantwortlich oder teilweise auch wirklich alleine verantwortlich dafür, dass in Unternehmen investiert wird, dass da wirklich sehr stark in die Zukunft investiert wird und dass dort auch viele Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das ist etwas, wo ich wirklich auch heute noch stolz drauf bin. Ich habe da natürlich aber auch andere Dinge gesehen, Dinge, die ich nicht so gut fand und insbesondere, wie manche Unternehmen mit dem Staat viel Geld verdienen können. Und ich habe mir gesagt, ich möchte gerne in die Politik gehen, um die Dinge, die ich dort gesehen habe, auch einzubringen. Und das ist mir wichtig. Und wenn Sie dann eben sagen, es gibt, da gibt es manche Kenntnisse, wo die Sie irgendwie besonders komisch finden. Also was weiß ich, dass ich jetzt für Startups zuständig bin, kann ich nur sagen, es ist richtig, dass ich als Staatssekretär im BMWK federführend für die Startup-Strategie zuständig bin. Das ist aber auch etwas, was ich für wichtig halte. Ich halte es für wirklich ausgesprochen wichtig, Frau Glöckner, dass wir eine starke, dynamische, gute Startup-Szene haben, in der wir endlich mal mit dem aufschließen können, zu dem, was die USA machen. Und da bin ich wirklich mit Herzblut dabei. Und das ist etwas, wo ich wirklich keinen Interessenskonflikt sehe, ganz im Gegenteil. Dann wurde ich vor meiner Erinnerung zum Staatssekretär vom BMWK auf mögliche Interessenskonflikte hingewiesen. Es gibt selbstverständlich ein Begrüßungspaket, wo alle Dinge drinstehen. Ich kann Ihnen aber sagen, ich habe, ich glaube, es war ungefähr eine Woche, bevor ich ins Ministerium ging, dass die Compliance-Abteilung, also um genau zu sein, die Zentralabteilung des Ministeriums, in denen dann irgendwo dann auch das Compliance-Referat ist, kontaktiert und habe darauf hingewiesen, dass ich direkte Unternehmensbeteiligung habe, dass ich an Fonds beteiligt bin und dass ich Aktien halte, die über sogenannte Vermögensverwaltungsmandate sozusagen verwaltet werden. Und ich habe gefragt, wie ich mich damit auseinanderzusetzen habe. Und da habe ich eine klare Antwort bekommen. Die Antwort hat der Minister letztlich gerade geschildert. Nämlich das, worum es geht, worum es überall geht, wenn es um Interessenskonflikte geht, ist die Vermeidung von Insiderregeln. Das sind Dinge, über die Sie als Bundestagsabgeordnete in den Gesetzen entscheiden und die wir dann auch umsetzen mit Richtlinien und so weiter und so fort. Und da kann ich Ihnen sagen, genau zur Vermeidung von Insider, auch nur den Anschein von irgendwelchen Insider-Konflikten, das ist genau der Grund, weshalb ich meine Anlagen so halte, wie ich sie halte. In Fonds oder die Aktien über ein sogenanntes Vermögensverwaltungsmandat, wo die Bank von mir ein bisschen Geld gekriegt hat und die dafür die Aktien kauft. Und das, was dort wirklich wichtig ist, und deswegen gibt es eben auch keinen Interessenskonflikt, das bin nicht ich derjenige, der entscheidet. Nicht ich entscheide, welches Unternehmen gekauft wird. Nicht ich entscheide, was mit dem Unternehmen passiert, sozusagen, wenn es mal gekauft wurde. Nicht ich entscheide, wann es gekauft wird. Und ich entscheide auch nicht, wie lange es gehalten wird und wann es wieder veräußert wird. Und deswegen gibt es hier eben auch keinen Interessenkonflikt. Und deswegen sind die Dinge so geregelt, wie sie eben geregelt sind. Und dann war Ihre Frage, was mein Minister davon wusste. Ich bin mir nicht mehr wirklich ganz sicher, was ich ihm gesagt habe. Ich bin sicher, dass er wusste, dass ich aus der Wirtschaft komme, viel verdient habe und die Anlagen habe, die im Private Equity-Bereich oder in Aktien sind. Die Reaktion habe ich Ihnen gesagt. Es gab eine Reaktion. Das war die Frage, die habe ich, denke ich, beantwortet. Dann komme ich zu den Fragen von Herrn Holm. Ich müsste den Anschein schon vermeiden, dass es bei AGT einen Interessenskonflikt geben könnte. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe, als ich ins Ministerium gegangen bin, von Tag eins eine Sache sichergestellt. Ich mit den Unternehmen, mit den vier Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, bin, war und werde ich nicht befasst sein. Das ist mir wirklich wichtig. Ich war damit nicht befasst, ich bin damit nicht befasst und ich werde damit nicht befasst. Und genau deswegen gibt es auch nicht den Anschein, dass ich dort irgendwo einen Interessenskonflikt haben könnte. Dann war die Frage zu Herrn Böhmer. Die ist bereits beantwortet. Ich möchte noch einmal ganz deutlich sagen, Herr Böhmer ist einer von 29 und er ist ehrenamtlich, so wie alle anderen auch ehrenamtlich sind. Da gibt es auch keine Aufwandspauschalen und nichts. Und es ist eine Stimme in diesem Beirat, also eine von 29 und der Beirat ist eine Stimme in einer Stakeholder-Konsultation, die wir machen. Als wir die Start-up-Strategie gemacht haben, haben wir, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel, ich glaube fünf, aber ich lage mich nicht fest, ob es genau fünf waren, Stakeholder-Runden gemacht und wirklich die unterschiedlichen Stakeholder. Und da waren dann immer viele Leute am Tisch. Und wir haben lange Workshops mit denen gemacht und wir haben lange angehört. Und zusätzlich haben wir in der Tat auch noch den Beirat angehört. Und deswegen ist das, glaube ich, hierzu alles gesagt. Dann kommt die Frage von Herrn Huben. Da haben Sie ja einen Teil der Antwort wirklich selber schon gegeben, Herr Maas war beteiligt an einem Institut, dass das wirklich ganz maßgeblich sich ausschließlich mit den Dingen beschäftigt, die Herr Maas macht. Bei mir, ich bin an vier Unternehmen direkt beteiligt. Davon ist, wenn man genau das sich anguckt, eins davon ist ein Start-up. Und dieses eine, was ein Start-up ist, ist in Frankreich. Das hat ein guter, wirklich guter französischer Freund von mir gegründet, den ich wirklich sehr schätze. Der ist in Deutschland nicht tätig. Er hat in Deutschland auch, ich wüsste gar nicht, ob es irgendein Programm gäbe für französische Firmen. Aber der ist auch noch nie auf die Idee gekommen, in Deutschland nach irgendwelcher Förderung zu verlangen. Das andere Unternehmen über das, was wir hier schon x-mal gefallen ist, Africa Green Tech. Gut, Sie können sagen, das ist ein Start-up, weil es einigermaßen jung ist, aber es ist ein Social Entrepreneur. Das ist ein Sozialunternehmen. Das ist nicht ein profitmaximierendes Unternehmen. Das versucht in Afrika die Dörfer, die nicht ans Netz angeschlossen sind, mit Solarindustrie zu versorgen. Ich weiß nicht, ob die jemals Gewinne gemacht haben, seitdem ich dort beteiligt bin. Ich bin mir sehr sicher, dass nicht. Jedenfalls hat es nie eine Dividende gegeben. Und die anderen beiden Unternehmen sind kleine Mittelständler, die sozusagen Dinge machen, die der eine ist eine Softwarefirma und das andere ist eine Weiterbildungsfirma. Da habe ich nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie für zuständig wäre. Und wie gesagt, ich kann das nur noch mal wiederholen. Bei allen vier Unternehmen ist sichergestellt, dass ich damit nicht befasst war, nicht befasst bin und auch nicht befasst sein werde. Und dann die wesentliche Frage, die Sie gestellt haben, warum hat er denn nicht verkauft? Die eine Antwort ist, es gibt keinen Grund zu verkaufen. Die zweite Antwort ist, ich glaube, Sie weiß gar nicht genau, ich habe mir Ihren Lebenslauf dummerweise nicht angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie aus der Wirtschaft stammen. Und Sie werden wahrscheinlich wissen, was es bedeutet, einen Minderheitsanteil von vier, fünf, sechs oder ich glaube, einmal acht Prozent oder sowas zu haben an einer kleinen GmbH. Wie einfach ist das, Herr Huben, einen Minderheitsanteil an einer kleinen GmbH zu veräußern? Ich glaube, ich brauche Ihnen das nicht zu erklären, wie schwer das ist. Und deswegen habe ich das bislang nicht gemacht. Es gibt einfach keinen Markt für Minderheitsanteile an nicht an der Börse gehandelten Unternehmen. Und das ist, wie soll man sagen, die ich, ich glaube, ich habe die Frage beantwortet. Dann kommen wir zu Herrn Meiser. Ich glaube, da habe ich das meiste auch schon gesagt. Es ist, ich sehe nicht, wo ein Unternehmen, an dem ich direkt beteiligt bin, von meinen Handeln profitieren sollte. Ich habe das versucht zu erklären. Wir haben dort klare Spielregeln, wie das funktioniert. Die Dinge, die dort entschieden werden, werden in der Regel von Projektträgern entschieden. Die Sachen kommen nicht zu mir hoch. Wenn sie zu mir hochkommen, kommen sollten. Wie gesagt, es ist in der ganzen Zeit, das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Es sind jetzt anderthalb Jahre, vier Unternehmen, da ist nichts schiefgegangen. Es ist ja nicht irgendwie so, dass irgendwas schiefgegangen wäre und ich irgendwie aus Versehen was unterschrieben hätte. Ist nicht passiert. Und wenn dann doch irgendwann was hochgekommen wäre, in meinem Büro ist sichergestellt, dass die Dinge dann nicht mehr vorgelegt werden. Dann ist es, da fragen Sie, ob ich alle meine Fonds offenlegen sollte. Und da möchte ich noch mal einmal ganz, ganz deutlich sagen, der hat der Minister ja mehrfach jetzt in seinem Eingangsstatement und dann danach noch mal gesagt, dass Menschen Fonds haben. Das ist normal. Ich möchte hier keine Abfrage machen, aber ich würde die Wette eingehen, dass unter denjenigen, die hier sitzen, viele dabei sind, die auch ein ETF haben oder einen Fonds haben. Und da bin ich ganz fest von überzeugt. Und ich weiß es auch persönlich und ich bin aber auch von manchen in der Regierung, aber ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass von den Referatsleitungen, von den Abteilungsleitungen und von den anderen Staatssekretären, die in den verschiedenen Ministerien arbeiten, auch viele Menschen Fonds halten oder ETFs. Und es gibt aus gutem Grund, so wie wir das eben gesagt haben, keinen Grund, weshalb man es offenlegen muss. Und wenn Sie dann sagen, profitiert man davon? Ja, sagen wir mal so, es gibt zwei Möglichkeiten, davon zu profitieren. Die eine Möglichkeit ist, dass wir gute Politik machen, dass wir es vielleicht schaffen, irgendwo dafür zu sorgen, dass wir eine gute Industriestrategie haben, dass es den Unternehmen, dass die gute Wettbewerbsbedingungen haben, dass die Unternehmen gut gedeihen und dass es den Unternehmen gut geht. Das schafft gute Arbeitsplätze und das erneuert den Wohlstand in Deutschland. Daraus zu konstruieren, dass ich das mache, damit meine Aktien, die Aktienkurse steigen, das tut mir leid, das finde ich weit hergeholt. Und dann gibt es eine andere theoretische Möglichkeit, dass es Förderbescheide gibt, dass dort irgendwo das eine Unternehmen in einem Fonds drin ist, was irgendwo eine Einzelförderung bekommt. Da hat der Minister schon das Beispiel mit der Lufthansa genannt. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn Sie irgendwo ein DAX-ETF haben, das ist das Klassischste, was man sozusagen hat. Wenn man ein DAX-ETF hat und Sie jetzt hier irgendwo im Haushaltsausschuss sitzen würden, dann würden Sie mitentscheiden darüber, ob Siemens zum Beispiel, wenn es ein großes Geschäft in Afrika macht und eine Hermes-Bürgschaft bekommt, weil große Hermes-Bürgschaften nämlich im Haushaltsausschuss entschieden werden. Und haben Sie sich jemals gefragt, wenn Sie so eine Hermes-Bürgschaft sozusagen darüber entschieden haben, ob Sie eine Siemens-Aktie in Ihrem DAX-ETF haben? Natürlich haben Sie das nicht, weil es völlig normal ist und weil wir das deswegen nicht offenlegen müssen. Und deswegen kann ich nur sagen, natürlich, ich habe das eben transparent gemacht. Ich bin in Fonds investiert und ich habe ein Vermögensverwaltungsmandat mit der Bank. Und darüber habe ich ein ganz breit gestreutes Portfolio, so wie alle Menschen, die in Fonds investiert sind. Und ich muss Ihnen nicht erklären, dass, wenn Sie in einem Fonds investiert sind, ein Fonds mindestens ein paar Dutzende Unternehmen hat. Und wenn Sie in breit gestreut, wie das viele Verbraucherschützer empfehlen, eben auch ein was weiß ich was, ein ETF über den MSCI World haben, sind Sie auch in viele Tausend Unternehmen investiert. Und wie ich eben sagte, niemand interessiert es, welche Unternehmen in den Fonds drin sind. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Philipp. Nicht, dass bei Ihnen noch irgendwie Nachfragen kommen nach Empfehlungen, welche Sie das geben können. Aber die Gefahr besteht ja vielleicht nicht. Ich finde es auch spannend, wer irgendwie in Aktien investiert hat. Das würde mich auch interessieren, aber das kriegen wir heute nicht raus. Der Kollege Ernst hat das vorhin erwähnt. Wir sollten angesichts der Kürze der Fragezeit schon Wert darauf legen, dass die Antworten umfänglich sind. Ich habe bei der Kollegin Klöckner ein etwas unzufriedenes Gesicht, will ich jetzt nicht sagen, aber unzufriedenes Verhalten gesehen. Ich weiß nicht, ob alle beantwortet sind. Nein, sie sind nicht beantwortet. Deshalb wäre es in der Tat gut gewesen. Welche sind denn nicht beantwortet? Das will ich gerade, das habe ich gerne da und will auch darauf eingehen. Ich habe nie die Frage gestellt, ob der Minister gewusst hätte, dass sie vorher in der Wirtschaft waren. Das ist etwas zynisch, das so zu unterstellen. Wenn er das nicht gewusst hätte, wäre es wirklich schwierig. Ich habe eine andere Frage gestellt, Herr Staatsminister. Nein, die wurde nicht. Er hat eine Frage beantwortet, mir unterstellt, die ich nicht gestellt habe. Ich bin gerade dabei, machen Sie doch ganz locker. Und das ist der Punkt. Hätten wir vorher den Fragemodus gelassen, dann wäre das gegangen. Und meine Frage ist gewesen, wusste der Minister, ja, da liegen die Nerven blank, darf ich mal ganz kurz, wusste der Minister, meine Frage ist gewesen, ob der Minister von den Einzelbeteiligungen wusste und wenn ja, wann und in welcher Form. Das war meine Frage, die ich vorhin gestellt hatte. Und die zweite ist gewesen, die nicht beantwortet worden ist. Nachdem Sie Ihre Beteiligung gegenüber dem BMWK angegeben hatten, ist genau was passiert. Das würde ich gerne wissen, weil es ja um das Thema Compliance und Regelung geht. Hat es eine schriftliche Reaktion des BMWK auf diese Anzeige gegeben? Haben Sie eine bekommen? Wenn ja, in welchem Inhalt? Wenn ja, mit welchem Inhalt? Und können wir diese schriftliche Reaktion dann bekommen? Oder ist da eine IFG-Anfrage notwendig? So, vielen Dank. Vielleicht kann man die noch ergänzen, Herr Philipp. Vielleicht darf ich noch einmal wiederholt darauf hinweisen, Frau Klöckner, Sie waren ja selber Ministerin, dass noch einmal von allen erwartet werden muss, dass sie sich an Recht und Gesetz halten. Die Rechtsnorm habe ich jetzt mehrfach ausgeführt. Und ich natürlich wusste, weil Udo Philipp als ehemaliger Unternehmer und Wirtschaftsmanager in Wirtschaft investiert hat, dass er Unternehmensbeteiligung hatte. Als mir mitgeteilt wurde, dass die Compliance-Pakete ausgeteilt wurden und alles okay ist, war die Sache für mich erledigt. Und ich komme wieder zu dem Punkt, der insgesamt politisch verhandelt wird, um einmal von der Landwirtschaft zu reden. Wenn wir über Düngevorschriften oder über Bewirtschaftungsformen reden, profitieren landwirtschaftliche Unternehmen, Bayer beispielsweise, BASF vielleicht, wenn man sich für Pestizideinsatz einsetzt. Wenn wir wissen wollen, ob Abteilungsleiter, Ministerin, Staatssekretäre, Landwirtschaftsausschussmitglieder Fonds haben, in denen Bayer und BASF-Aktien drin sind, dann finde ich, kann man diese Frage diskutieren. Dann aber für alle. Das Gleiche gilt für Mitglieder des Verteidigungsausschusses oder für Mitglieder im Verteidigungsministerium. Ich will gar nicht jetzt irgendwelche, Sie wissen, was ich meine. Das gilt im Grunde für alle. Für mich ist wichtig, dass gleiche Regeln für alle gelten. Das ist überprüft worden. Und dass wegen der Sensibilität in bestimmten Bereichen, die aber in anderen Häusern auch natürlich da ist, geprüft wird, ob die Compliance-Vorschriften eingehalten sind. Und das ist passiert. So, vielen Dank. Beteiligung ist was anderes als eine öffentliche Aktie. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt kann Herr Philipp noch mal die beiden Fragen beantworten. Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. Bitte schön, Sie haben das Wort. Wenn ich nicht präzise genug geantwortet habe, Frau Klöckner, tut mir das leid. Ich hatte Ihnen ja eben gesagt, dass ich eine Woche, ungefähr eine Woche, ich habe die Tage jetzt nicht gezählt, bevor ich die berufen wurde, die Abteilung Z, die Zentralabteilung, wo auch die Compliance-Abteilung drin ist, gefragt habe, ob es ein Problem gibt damit, dass ich direkte Unternehmensbeteiligung habe und so weiter, so wie ich das eben gesagt habe. Und darauf habe ich eine Reaktion bekommen. Diese Reaktion war schriftlich. Das ist korrekt. Ich möchte mal als Amtschefin sagen, dass wegen Personendatenschutz, wenn Herr Philipp das offengelegt hat, mehr offengelegt hat, als er im Zweifel musste und dann ihm gesagt wurde, dass damit die Regeln auch klar sind, dann würde ich das gerne noch mal überprüfen. Er hat es offengelegt und er hat eine Antwort bekommen. Und was wir an Sie rausgeben, würde ich dann unter Personendatenschutz gründen. Ich hoffe, das ist alles auch in Ihrem Interesse. Das könnte man ja auch von Abgeordneten verlangen oder von anderen. Da wissen wir, wie das geht. Alles gut. Das ist so gerne, dann freue ich mich darauf, halten wir fest, dass ich das dann schriftlich bekomme. Mir geht es gar nicht um Personendaten, sondern das schriftliche Okay, würde ich gerne sehen. Okay, gut. Damit kommen wir zur zweiten Runde. Die geht jetzt an die Mitglieder des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Und die erste Frage stellt bitte Frau Scheer von der SPD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Habeck. Und zwar, Herr Minister, ich wollte noch mal auf einen ganz anderen Themenkomplexes sprechen kommen. Die Frage der Besetzung von Expertinnen und Expertinnen für Gremien, für Expertenkommissionen. Da hatten Sie ja in Ihrem Statement vom 17.05. darauf hingewiesen, dass da ein Graubereich existiere, der aufgefallen sei bei der nochmaligen Prüfung. Und wie kann man es Ihrer Meinung nach vermeiden, dass solche Graubereiche künftig im Vorfeld identifizierbar sind? Also sprich, wie ist speziell bei der Besetzung, bei der Auswahl von künftigen Expertinnen und Experten in Anwendung der Compliance-Regeln zu gewährleisten, dass solche Graubereiche nicht existieren und eben entsprechende Interessensverquickungsanscheine auch vermieden werden können? Vielen Dank. Danke. Die nächste Frage geht an Herrn Jung, bitte. Herr Vorsitzender, ich habe zunächst eine Bemerkung. Uns ist klar, dass Regeln für alle gelten, egal in welchen Häusern Sie Staatssekretäre sind. Das aber natürlich in dem Fall, in dem ein Staatssekretär im Wirtschaftsministerium für Unternehmen, für Start-ups zuständig ist, sich eine besondere Sensibilität ergibt, ist offenkundig und hat sich ja in diesem Fall auch dadurch realisiert, dass ein Unternehmen, an dem Sie eine Beteiligung haben, eine Förderung bekommen hat. Das ist der Grund, warum nachgefragt wird. Und ich möchte jetzt noch mal fragen, ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie sind beteiligt an einem Unternehmen, das eine Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium bekommen hat, in dem Sie Staatssekretär sind, aber Sie haben weder mit dem Unternehmen über diesen Förderantrag gesprochen, noch mit irgendjemandem in dem Haus darüber gesprochen. Sie haben mit gar niemandem darüber gesprochen, also auch keine Kenntnis davon. Heute haben Sie aber Kenntnis davon, haben Sie das erst durch die Recherchen dann erfahren, wann haben Sie dadurch davon Kenntnis erhalten. Erste Frage. Zweite Frage betrifft die Fondsbeteiligung. Da möchte ich fragen, haben Sie es offengelegt, dass Sie den Fondsmanager, mit dem geschäftlich verbunden sind, wusste das der Minister und Herr Minister, hätten Sie es auch für eine gute Idee gehalten, wenn Sie das gewusst hätten, dass jemand, mit dem der Staatssekretär geschäftlich verbunden wird, Sie in einem Beirat berät und er Ihnen ausdrücklich empfiehlt. Danke, Herr Jung. Die nächste Frage geht an Frau Nestle, bitte. Herzlichen Dank dafür. Ich habe gehört, dass nicht nur Herr Maas sich vorbildlich verhalten hat, sondern auch Herr Philipp die Compliance-Regeln sogar übererfüllt hat, indem er die Fondsbeteiligung angegeben hat. In der Tat würde ich gerne den Vorschlag aufgreifen, dass bevor hier mit Schmutz geworfen wird, den es vielleicht gar nicht gibt, wir doch überlegen, ob wir nicht erst mal gleichziehen und auch, dass für uns hier in diesen beiden Ausschüssen sagen, dass wir das angeben, wer in Fonds beteiligt ist. Ich möchte aber gerne noch mal nachhaken bei den Compliance-Regeln. Welche weiteren Compliance-Regeln gibt es denn, außer die Frage, ob man in Fonds investiert ist, die man offensichtlich gar nicht angeben muss, die jetzt wichtig sind für diesen Fall? Hat Udo Philipp alle diese Regeln erfüllt? Und dann würde ich noch einmal, Sie hatten gesagt, Sie sind mehr in Fonds investiert als in Einzelaktien. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie in diesen vier kleinen Unternehmen, in Einzelunternehmen investiert sind und ansonsten in Fonds? Und war das auch eine konkrete Compliance-Entscheidung? Und warum ist das besser für die Compliance? Danke. Frau Nestle, an wen haben Sie die Frage gerichtet? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Wegen mir kann es die Regierung gerne selbst entscheiden, wer die Frage beantwortet. Oder solche, muss ich jemanden benennen? Nachdem wir mehrere jetzt eine Auswahl haben, wäre es vielleicht hilfreicher. Wäre es hilfreicher. Dann geht die Frage an Herrn Philipp. An Herrn? An Herrn Philipp, okay. Beziehungsweise, Herr Philipp, zu fragen, ob wir alle regeln, ist ein bisschen doof. An Herrn Habeck. Es waren mehrere Fragen, sich so einfach zu einem zuzuordnen. Okay. So, die nächste Frage stellt Frau Storch, bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe zunächst Fragen an Herrn Habeck mit Blick auf Jochen Wermut. Jochen Wermut ist, ich sitze hier, auf ungefähr 12 Uhr, Großspender Ihrer Partei seit 2016 über eine Million Euro gespendet und Ihr Staatssekretär ist Kommanditist gewesen in einem der Gesellschaften von dem Großspender. Ein Kommanditist, Herr Habeck, ist ein Gesellschafter, der am Kapital einer Gesellschaft beteiligt ist, der nicht persönlich haftet, aber mit der Einlage, Stichwort Insolvenz. Können Sie ausschließen, dass es Projekte des Herrn Wermut gibt, die vom Bundeswirtschaftsministerium finanziell gefördert werden? Und wenn Sie das nicht ausschließen können und wissen, in welche Förderung erhält Herr Wermut? Und Frage, stehen Sie selbst mit ihm in Verbindung oder standen Sie mit ihm in Verbindung mit Herrn Wermut oder mit seinen Fonds oder mit seinem Geschäftspartner Klaas Hemke oder mit dessen Klimabewehrung German Zero? Und dann habe ich Fragen zum Thema. Das wäre jetzt zu viel, Frau Storch. Wir sind schon über der Zeit. Das haben wir leider so beschlossen. Die nächste Frage ist Herr Interbeek. Geht an Herrn Interbeek. Ja, vielen Dank erstmal. Mitglieder des Deutschen Bundestages sind verpflichtet, ihre Beteiligung mit Mandatsantritt offenzulegen oder auch ihre Nebeneinkünfte transparent anzuzeigen. Letzte Woche haben Sie, Herr Minister Habeck, eigentlich gesagt, das BMBK hätte so ziemlich die weitreichendsten Compliance-Regeln. Und da stelle ich mir die Frage, warum diese Pflichten bei hohen Beamten dann nicht gleich mit reingekommen sind, also mitgeregelt worden sind. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, was jetzt Ihre Schlussfolgerung aus dieser Debatte ist. Danke, Herr Interbeek. Die letzte Frage geht an Herrn Lenkert. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In einem Artikel des Spiegel vom 20. August 2022 wird Egbert Lege, damals Generalbevollmächtigter Gazprom Germany GmbH, heute Geschäftsführer der Securing Energy for Europe GmbH, interviewt. Ich zitiere aus dem Artikel. Spiegel, wer rief an? Lege, das Wirtschaftsministerium, ob ich mir diesen Posten vorstellen könnte. Die Rede war von einer Aufgabe nationaler Interesse. Vier Stunden später hatte ich das erste Datenpaket mit den wichtigsten Unterlagen auf dem Computer und eine Einladung zur Fix. Zur Fix mit der Bundesnetzagentur für den nächsten Morgen 8 Uhr. Herr Minister, ich frage Sie, wer hat Herrn Lege angesprochen? Gab es ein offizielles Auswahlverfahren für den Posten des Generalbevollmächtigten der Gazprom Germany GmbH? Und wenn ja, wer kannte aus dem BMBK Herrn Lege und in welchem privaten oder geschäftlichen Verhältnis standen die Personen im Vorfeld zueinander? Herzlichen Dank. Wir kommen zu den Antworten. Herr Minister. Vielen Dank. Ich beginne mit der Frage von Frau Scheer, die ja abgesetzt ist, ein bisschen von dem anderen Frage komplex. Die Vorschriften für Compliance sind ja, wie Sie sagen, immer interpretierbar. Und um sie klarer zu interpretieren, ist es meiner Ansicht nach ein gutes und privates Mittel, wie es jetzt bei der Neubesetzung der Dehner-Geschäftsführung auch angewandt wird, aktiv die Auswahlmitglieder zu fragen. Also nicht zu sagen, wir gehen mal davon aus, dass ihr keine Trauzeugen beruft, um ein Beispiel zu nennen, sondern zu sagen, seid ihr mit denen so und so viele Bewerbern verwandt, verschwägert, irgendwie in irgendeiner Beziehung stehen, die die Compliance-Vorgaben verletzen oder berühren. Das wird uns am Ende uns allen immer noch keine absolute Sicherheit geben, aber dann muss man sozusagen schriftlich die Unwahrheit sagen oder sich wirklich sehr schlecht erinnern können. Also aus der Unterstellung, die ja quasi die Dienstnorm ist, dass alle selbstverantwortlich darüber wachen, ein aktives Handeln zu machen. Das scheint mir ein sinnvolles Vorgehen zu sein. Und jetzt, ob es erstmalig ist, weiß ich nicht genau. Aber jetzt wird es bei der Dehner so auch angewandt oder ist so angewandt worden. Dann zu den anderen Fragen, die mindestens teilweise mir gestellt wurden. Ich möchte auf Africa Green Tech kurz eingehen. Es gab ja eine Förderung in dieser Legislatur. Udo Philipp hat es gerade erwähnt. Diese Förderung ist aus der Abteilung 2. Das ist die Energieeffizienz- und Klimaschutzabteilung heraus gemacht worden. Das heißt also, der Abteilungsleiter untersteht nicht dem Organigramm nach dem Staatssekretär. Sondern in diesem Fall wäre es Patrick Reichen gewesen. Aber wie Udo Philipp ausgeführt hat, ging es gar nicht den Dienstweg hoch. Also insofern ist das meiner Ansicht nach auszuschließen, dass Udo Philipp davon wusste oder profitiert war. Was Herrn Böhme angeht, wie gesagt, ich habe Wert darauf gelegt, dass eben nicht nur große professionelle, mit uns allen irgendwie bekannte Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmer da reingehen, sondern wir das studentische Milieu begreifen. Noch einmal, das ist ja das Besondere daran, damals, als es gegründet wurde, waren es Studenten. Es ist jetzt also nicht, hat noch nicht die Power von Elon Musk-Möglichkeiten, sondern fünf studentische, fünf Studierende gründen ein Start-up-Unternehmen für Studierende, die inzwischen keine Studierenden mehr sind. Dass es eine finanzielle Beteiligung dort gab, das wusste ich nicht. Es ist aber auch irrelevant an dieser Stelle und zwar aus doppelten Gründen. Erstens die Fondsbeteiligung, in diesem Fall ist es ja ein Unternehmensstudium, dann nehme ich das zurück. Dann ist es nur aus einem Grund irrelevant, weil der Beirat nicht in einer Position ist, wo seine Beratung dazu führen kann, dass die politischen Entscheidungen dem Unternehmen in einem direkten Sinne, also der Mehrung von privatem Interesse zugute führt. Noch einmal, 29 Unternehmen derzeit in einem breiten Stakeholder-Prozess. Das ist also im Grunde neutralisiert und der Wert dieses Mitglieds des Beirats ist da drin, dass er eine, soweit wir wissen, einmalige Expertise hat, nämlich aus der Uni für Studierende. Die Frage von Frau Nestle, die Compliance-Regeln sind nicht nur eingehalten worden, sondern übererfüllt worden. Udo Philipp hat mehr Transparenz geschaffen als viele andere Mitglieder von Regierungen. Und weil Herr von der Weg das angesprochen hat, soweit ich das weiß, müssen Bundestagsabgeordnete ihre Beteiligung erst ab 5 % offenlegen, wenn das richtig ist, und Fonds auch nicht angeben. Insofern sind hier, ich weiß gar nicht, ob seine Beteiligung unter oder über 5 % sind, aber es ist sozusagen mehr geschaffen worden. Er müsste es gar nicht machen, hat es getan. Und die Vorschriften für die Bundestagsabgeordneten sind eben nicht so, dass man Fondsbeteiligung oder Fonds überhaupt aufdecken muss. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass das ja, das sind ja berechtigte Fragen. Das finde ich richtig, dass man diese Fragen stellt. Aber sie müssten dann eben in der politischen Logik für alle gelten. Und Udo Philipp hat ja Beispiele wie Hermes-Bürgschaften beispielsweise genannt. Innerhalb der Bundesregierung gibt es ein Ministerium, das schärfere Regeln sich gegeben hat. Das ist das Bundesfinanzministerium, das im Frühjahr 2021 in der Folge des Wirecard-Skandals einen schärferen Leitfaden für seine Mitarbeiter herausgegeben hat. Dort gibt es quasi Kategorien, die schärferen Transparenz oder teilweise auch Handelsverbotsvorschriften unterliegen. Sie erinnern sich an den Wirecard-Skandal. Das wusste ich alles nicht. Das haben wir jetzt aufgearbeitet und nach Aktenlage in meinem Haus, damals ja von Peter Altmaier geführt. Und ich muss unterstellen, dass wir bei den anderen Häusern ebenfalls, wurde bewusst entschieden, diese schärferen Compliance-Vorgaben nicht zu implementieren in den anderen Häusern. Und würden sie implementiert worden sein, würde Udo Philips Investitionen selbst danach völlig rechtmäßig sein. Er würde sozusagen auch den schärfsten Vorschriften unterliegen. Warum in dem Wirtschaftsministerium, in dem Landwirtschaftsministerium, in dem Gesundheitsministerium und so weiter diese Regeln damals nicht implementiert wurden, das weiß ich nicht genau. Aber noch einmal, diese Debatte halte ich für sinnvoll. Die kann gerne geführt werden. Ich habe schon gesagt, Europäisches Parlament, Europäische Kommission, Frankreich mit auch den Eigentumsverhältnissen und den Schuldverhältnissen. Das kann man gerne alles diskutieren. Das scheue ich überhaupt nicht. Dann aber für alle, für alle Häuser, gegebenenfalls für Exekutive wie Legislative, entlang der Frage, ist es transparent genug, haben wir genug gegen Lobby-Einfluss getan? Die Regeln sind nicht nur eingehalten worden, sie sind übererfüllt worden. Regeln Verschärfung, frage ich den parlamentarischen Raum. Am Ende geben Sie die Gesetze. Das können wir gerne diskutieren. Da hat das BMWK überhaupt nichts dagegen, weder Udo Philipp noch ich in persona. Herr Philipp, bitte. Ja, gerne. Also dann fange ich mit der Frage von Herrn Jung an. Ich habe in der Tat nicht mit dem Unternehmen gesprochen. Ich hatte eine Vereinbarung mit dem Gründer von Africa Green Tech getroffen, als ich nach Schleswig-Holstein gegangen bin, Anfang 2019, dass wir nicht mehr in diesen Dingen miteinander sprechen sollten. Und das heißt, er hat mich nicht kontaktiert mit irgendwelchen Fördergeschichten, wie auch immer, oder irgendwelchen anderen Dingen, wo ich im geschäftlichen Rat hätte geben können. Ich hatte ja mal gesagt, ich war als Business Angel tätig. Ich habe diese Dinge, wo ich irgendwelchen Unternehmen mit Rat und Tat beiseite gestanden habe, alle niedergelegt, als ich in Schleswig-Holstein Staatssekretär wurde. Das heißt, ganz konkret, ich hatte wirklich keine Kenntnis, keine Kenntnis, dass das Unternehmen einen Antrag gestellt hat. Ich hatte keine Kenntnis, dass es Werder und Wider irgendwo in einen Antrag genehmigt wurde. Wir haben das recherchiert und haben das, ich weiß nicht, wann ich die Kenntnis bekommen habe, aber jedenfalls vor wenigen Tagen ist das bei mir jetzt angekommen, aber erst nachdem wir aufwendig recherchiert haben. Dann die Frage zu der Vormitteilung ist ja schon beantwortet. Ich komme dann zu bei First Momentum Ventures. Dann komme ich zu der Frage von Frau Nestle. Die war nicht beantwortet. Es war die Frage, haben Sie den Herrn Böhmer vorgeschlagen? Das habe ich in meinem ersten Antwort beantwortet. Ich habe die Staatssekretäre gefragt, denkt daran, dass wir aus studentischem Umfeld was bekommen. Und Udo Philipp wusste davon, dass es das gibt und hat mehrere Namen genannt. Insofern ja, aber in einem Prozess, wo Namen gesammelt wurden. Aber Sie haben Ihnen vorgeschlagen, Sie haben es nicht offengelegt, dass Sie geschäftlich verbunden sind und Sie glauben, dass es kein Compliance-Fall ist. Wir haben das jetzt überprüft, ob es ein Compliance-Fall ist. Und ich habe noch einmal gesagt, die Frage, die zu beantworten wäre, profitiert das Unternehmen von der Mitgliedschaft in den Beirat. Das ist aber meine Antwort. Herr Philipp, bitte. Gut, dann komme ich zu der Frage von Frau Nestle. Entschuldigung. Dann komme ich zu der Frage von Frau Nestle. Fonds versus Einzelaktien versus der vier Einzelbeteiligungen. Ich hatte das mehrfach gesagt, es ist sehr wichtig, wenn man Compliance-Regeln einzuhalten hat, dass man nicht gegen Insiderregeln verstößt. Das macht man, indem man entweder sich an Fonds beteiligt oder wenn man an Aktien beteiligt ist, dass man die über ein Vermögensverwaltungsmandat zum Beispiel bei einer Bank macht. Ich mache das genau so. Das heißt, Aktien sind über ein Vermögensverwaltungsmandat und die Fonds sind Fonds. Bei beiden ist es immer dasselbe. Es ist eine externe Person oder Institution, die darüber entscheidet, welche Aktien gekauft werden, wann sie gekauft werden, wann sie wieder verkauft werden und so weiter und so fort. Dann komme ich zu Frau von Storch. Die ist es in der Tat so, dass ich Kommanditist bei einem Fonds von Herrn Wermuth war. Das ist lange her. Wenn man Kommanditist irgendwo ist, dann ist das bei einem geschlossenen Fonds. In einen geschlossenen Fonds investiert man immer über einen Kommanditanteil. Das ist total üblich. Das ist bei Private Equity Fonds so und das ist auch bei Immobilienfonds so oder wo auch immer. Das ist die Art und Weise, wie man dort investiert. Ich bin dort ausgeschieden fast ein Jahr, bevor ich ins Ministerium, also ins BMWK kam. Sie können mich natürlich theoretisch fragen, mit wem ich in meinen 30 Jahren Berufsleben überall schon mal Geschäfte gemacht habe. Nein, das ist die, wenn Sie es ganz präzise machen wollen, kann ich Ihnen gleich noch mal ganz präzise die Daten geben. Ich bin nicht im November 2022 ausgeschieden. Das ist eine Fehlinformation. Also wenn Sie es, ich weiß nicht, ob wir es jetzt, wenn Sie es wollen, mache ich es jetzt. Ich bin elf Monate vor meinem Dienstantritt wirksam ausgeschieden. Ich habe dem Fondsmanagement im Juli 2019 schriftlich mitgeteilt, dass ich gerne ausscheiden möchte. Da waren mehrere, die dort raus wollten, die wir haben dann gemeinsam dort mit verhandelt. Und der Verkaufsvertrag, der Vertrag, dass ich ausscheide, wurde am 27. November 2020 unterzeichnet. Das ist zu der Frage von Herrn Wehrmuth. Wie gesagt, wenn Sie jetzt recherchieren, mit wem ich irgendwann in der Vergangenheit mal Geschäfte gemacht habe oder wo ich irgendwann mal noch in irgendeinen Fonds investiert war oder was ich für eine Aktie vor 30 Jahren gehalten habe, ich glaube, es ist irrelevant. Die Frage nach den MDBs, ob die mehr offenlegen als wir, die ist beantwortet worden. Dann die Frage zu Herrn Läge. Die Herr Läge ist in der Tat so, den habe ich angesprochen, aber den kannte ich vorher nicht. Wieso habe ich ihn dann angesprochen? Weil ich mich umgehört habe bei verschiedensten Experten in der Industrie. Wir brauchten jemanden, der sofort zur Verfügung steht. Sie erinnern sich wahrscheinlich, wie das damals war. Wir haben das Unternehmen letztlich in einer Nacht- und Nebelaktion übernehmen müssen. Dort gab es einen russischen Geschäftsführer. Der russische Geschäftsführer war sehr eng mit der russischen Regierung verbandelt. Wir mussten von einer Sekunde auf die andere, wirklich von einer Sekunde auf die andere eine Person haben, die in der Lage war, dieses Geschäft zu verstehen und die in der Lage war, auch sofort anzufangen. Und das heißt, da habe ich mich dann umgehört, sowohl bei Menschen aus der Industrie, die ich gut kenne, bei anderen Experten, die ich gut kenne, ob sie irgendjemanden kennen. Und dann gab es dort eine Liste von Menschen. Und tatsächlich war eine Person dabei, die von mehreren gleichzeitig empfohlen wurde. Und das ist Herr Läge. Und Herr Läge ist sehr kompetent. Da können Sie sich, wenn Sie ihn mal kennenlernen, sicherlich auch von überzeugen. Jedenfalls, ich kannte ihn vorher nicht. Dazu möchte ich noch einen Satz sagen. Und an der Stelle würde ich einmal sagen, dass sich diese Befragung umdreht, wie gut, dass wir jemanden hatten, der in der Wirtschaft suchen konnte, dass wir einen Geschäftsführer finden, weil das nämlich Gazprom war, Gazprom Germania, die übernommen werden mussten. Und hätten wir das nicht irgendwie auf die Kette gekriegt, hätten wir eine ganz andere Diskussion heute. Also da hat sich ausgezahlt, dass jemand Kenntnisse hat und jemanden finden kann. Und die Situation ist ja bekannt, wie sie ausgelöst wurde. Lieber Herr Ernst, Sie wissen ja ganz genau, weil Sie mich gerade so angucken, bevor ich weiterrede, was das Problem war, nämlich die Verbundenheit mit Russland. Freut mich, dass Sie das ansprechen. Spielt jetzt hier nur keine Rolle. Jetzt merke ich nur, dass die Fraktion Die Linke den Eindruck hat, ist erledigt. Aber meine Fragen sind noch nicht beantwortet in Bezug auf Herrn Wermuth und seine Projekte. Ich hatte gefragt, ob Sie ausschließen können, dass das Wirtschaftsministerium in Projekte investiert hat, die Herr Wermuth oder gefördert hat, in die Herr Wermuth investiert ist. Und ich hatte gefragt, in welchem Verhältnis stehen Sie zu Herrn Wermuth? Kennen Sie ihn? Treffen Sie ihn? Sind Sie mit seinen Investmentfonds ansonsten in Verbindung mit seinem Geschäftspartner Klaas Hemke oder mit dessen Klimabewegung German Zero? Fragen Sie mich oder fragen Sie Herrn Philipp? Sie. Ich kenne Herrn Wermuth aus zwei oder drei Begegnungen. Er ist Parteimitglied von Bündnis 90 Die Grünen, wenn ich das richtig weiß. Jedenfalls ist er auf den Parteitagen und in dem Zusammenhang redet man miteinander. Ansonsten weiß ich nicht, wo die Relevanz der Frage ist. Ich kann sie nicht beantworten, so wie ich sie zu vielen Unternehmen nicht beantworten könnte. Und ich sehe auch nicht, was es zur Sache tut. Das werden Sie dann noch sehen. Das stelle ich trotzdem die Frage. German Zero. Klaas Hemke. Was ist mit German Zero und Klaas Hemke? Ob Sie in Verbindung mit denen stehen, ob Sie die kennen. Und Klaas Hemke, ob Sie mit dem in einer Verbindung stehen oder ihn kennen. Der Name Klaas Hemke sagt mir nichts. Wenn er mit Jochen Wermuth irgendwann mal durch die Gegend gelaufen ist, vielleicht habe ich ihn mal gesehen. Ich habe aber kein Gesicht zu dem Namen. Und auch die Stiftung, meine ich, ist vor zwei oder drei Jahren mal gegründet worden. Aber ich stehe in keiner Verbindung zu ihr. Okay, damit sind wir mit dieser Fragerunde durch. Und ich gebe zurück an den Kollegen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur dritten Runde. Wenn wir über die Transparenz von Abgeordneten reden und Ministerien, müssen wir, weil wir so ein hohes Interesse der Öffentlichkeit haben, auch mal über Transparenz bei Journalisten nachdenken. Aber das wird man ja sowieso noch irgendwie mal regeln. Das ist aber ein anderes Thema als heute Abend oder heute Vormittag. Reden wir jetzt in der dritten Runde über die nächsten Fragen. Insbesondere Frau Kollegin Werner beginnt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde an der Stelle immer noch mal ganz kurz betonen wollen, dass es sehr gut und auch wichtig ist, dass wir eine Start-up-Strategie haben und eben auch der Bundesregierung dafür noch mal danken. Meine Fragen richten sich an Herrn Staatssekretär Philipp. Sie haben gesagt, dass Sie als Staatssekretär keine konkreten Entscheidungen zur Förderung treffen. Wenn aber Förderrichtlinien erstellt werden, werden dann nicht bereits Entscheidungen getroffen, die mögliche Investitionen in bestimmte Bereiche absehbar machen. Und die zweite Frage. Gab es während Ihrer bisherigen Amtszeit als Staatssekretär eine aktive Einflussnahme auf Unternehmen, an denen Sie Anteile besitzen? Dankeschön. Klar in der Zeit. Das Wort hat Julia Klöckner. Danke schön. Meine Frage oder Fragen gehen wieder ausschließlich an den Staatssekretär. Erstens, Sie haben mit Pressemitteilungen vom 18. Mai diesen Jahres Auskünfte über Ihre Beteiligungen gegeben. Und in dieser Pressemitteilung werden einzelne Unternehmensbeteiligungen, das ist unter zwei, ausführlich dargestellt. Auffällig ist, dass andere Beteiligungen, das ist unter vier, da nicht weitere Details ausgeführt werden. Warum gibt es hier unterschiedliche Transparenz, über die ja heute den ganzen Tag gesprochen wird und können Sie eine gleiche Transparenz wie auch bei zwei, also unter Punkt vier ermöglichen? Zweite Frage. Können Sie ausschließen, wirklich ausschließen, dass weitere Beteiligungen und Investitionen, Beteiligungen und Investitionen von Ihnen, von den Förderungen des BMWK profitiert haben? Dritte Frage. Haben Sie die Leitungsvorlage zur Benennung der Mitglieder in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, haben Sie die gezeichnet? Wenn Sie die gezeichnet haben, warum haben Sie diese Vorlage gezeichnet und nicht auf einen Interessenskonflikt hingewiesen? Und vielleicht, um noch mal zu einem anderen Thema zu kommen, warum waren Sie eigentlich nicht in der Findungskommission für die Nachfolge der DENA-Geschäftsführung? Das ist ja, obwohl die Beteiligung der DENA in ihrem Zuständigkeitsbereich liegt, aber Sie haben dann die Leitungsvorlage der Auswahlentscheidung von Herrn Schäfer gekennzeichnet. Und das muss es jetzt gewesen sein? Genau. Frau Kollegin Detzer, bitte. Herzlichen Dank. Ich möchte zurückkommen auf einen Gedanken, den Sie, Herr Minister, eingangs der letzten Ausschusssitzung geäußert hatten, nämlich der Zusammenhang zwischen dem Gebäude-Energie-Gesetz, das die Koalition gerade berät. Es ist ein wichtiges Gesetzesvorhaben, das wir momentan da gemeinsam vorhaben. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang fragen, sehen Sie eine Verknüpfung dieses Gesetzesvorhabens mit der Personalie des ausgeschiedenen Staatssekretärs? Und gibt es aus Ihrer Sicht Auswirkungen auf dieses Gesetz durch die Neubesetzung? Herzlichen Dank. Dankeschön. Lieber Herr Kollege Huben, bevor ich Sie vergesse, haben Sie jetzt das Wort. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage geht an Minister Robert Habeck. Wann wird den Ausschüssen der Vermerk zum Umgang mit möglichen Interessenkonflikten für Staatssekretär Philipp weitergeleitet? Bei Herrn Greichen war das ungefähr nach zehn Tagen. Wir haben jetzt das BMWK gefragt. Man sagt, der Schriftwechsel zum Amtsantritt zwischen Staatssekretär Philipp und der Compliance-Abteilung sei in der Erstellung. Und es würde noch ein paar Tage dauern, sieben bis zehn Tage. Deswegen die Frage, warum liegt dieser Vermerk nicht heute schon vor? Das hätte vielleicht hier auch manches uns erspart. Vielen Dank. Dankeschön. Kollege Kommning, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Staatssekretär Philipp. Es geht noch mal um die Berufung von Sebastian Böhmer in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Der Minister sagte gerade, Sie hätten mehrere neben Herrn Böhmer vorgeschlagen. Ich hätte gern gewusst, wie viele neben Herrn Böhmer wurden von Ihnen vorgeschlagen? Und welches Verhältnis hatten Sie zu Herrn Böhmer? Sind Sie mit ihm nur geschäftlich verbandelt über den Fonds, den Herr Böhmer anbietet? Oder sind Sie auch freundschaftlich mit ihm verbunden? Und meine zweite Frage geht an den Minister. Herr Minister, hat das BMWK überprüft, ob der Beirat Junge Digitale Wirtschaft, Handlungsempfehlungen oder Expertisen abgegeben hat, die direkt oder auch indirekt, Sie haben bisher immer nur über direkte Zuständigkeiten, direkte Einflussnahme gesprochen, die direkt oder indirekt Unternehmen betreffen, an denen Fonds von Herrn Böhmer beteiligt sind. Vielen Dank. Dankeschön. Pascal Meiser für Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vorweg, damit die Debatte nicht in die falsche Richtung geht. Also entscheidend bei der Frage der Befangenheit ist doch nicht, ob ein führendes Mitglied der Bundesregierung oder ein Staatssekretär gleichzeitig eine aktive Rolle in einem Unternehmen als Geschäftsführer oder ähnliches oder einem Beirat, Aufsichtsrat einnimmt, sondern ob er oder sie wirtschaftlich finanziell davon profitiert. Das ist der Punkt. Und da müssen wir sauber bleiben. Ihre Argumentationslinie verschleiert das ein wenig. Ich habe eine konkrete Frage, Herr Philipp, nochmal. Sie haben leider auf meinen ersten Versuch hin nicht geantwortet. Sie haben ja wieder auf die vier direkten Unternehmensbeteiligungen verwiesen, die auch schon per Pressemitteilung veröffentlicht wurden. Aber nochmal, es gibt ja konkrete Fonds, und das sind ja nicht irgendwie DAX-ETFs oder so, an denen Sie beteiligt sind, aufgrund einer gewissen Historie. Bleiben wir mal bei First Momentum Ventures. Können Sie bitte nochmal darlegen, an welchen Start-ups First Momentum Ventures beteiligt ist? Meiner Kenntnis nach ist es eine überschaubare Zahl. Und haben Sie diese konkreten indirekten Beteiligungen gegenüber dem BMWK offengelegt und gegebenenfalls sichergestellt, dass nicht in dem Zusammenhang Interessenkonflikte entstehen? Dankeschön. Soweit ich das weiß, waren das jetzt nur ausschließlich Fragen an Herrn Philipp, oder? Nee, Dena, wo der Vermerk ist, eine Auswirkung auf das GEG. Okay, alles gut. Herr Beirat, genau, alles klar. Also zu der Frage, wann ein Vermerk erstellt wird, würde ich gerne der Amtschefin das Wort gleich geben. Da habe ich keine Erkenntnisse drüber. Was ist aufgeflogen? Achso, Sie reden nicht mit mir. Dass Patrick Reichen das Gebäude-Energie-Gesetz politisch verantwortet hat, ist ja bekannt. Ist er nicht mehr Staatssekretär? Ein neuer Philipp Nimmermann wird kommen. Das Gesetz allerdings ist ja nicht von ihm alleine verantwortet worden, sondern in letzter Konsequenz im Ministerium von mir. Von der Expertise von vielen Leuten im Haus und vor allem auch im Bauministerium mitgeschrieben worden. Es ist dann im Kabinett beraten worden, verändert worden und geeint worden und liegt jetzt im Deutschen Bundestag vor. Sodass ich kurz sagen kann, das Ausscheiden von Patrick Reichen hat auf die weiteren Beratungen oder die mögliche Verabschiedung des GEG natürlich keinen Einfluss. Sondern es liegt ja jetzt im Parlament und die Expertise ist beratend, wenn gewünscht, in allen beiden Häusern, die das Gesetz geschrieben haben, natürlich da. Also das ist sozusagen nicht abzuleiten aus dem Ausscheiden von Patrick Reichen. Dann zur DENA müsste der Vorsitzende etwas sagen, also der Aufsichtsratsvorsitzende und zu der Frage, wann der Vermerk kommt, Anja Heiduck. Ich kann noch sagen, dass die Frage, wie wir studentische Expertise in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft bekommen, im Gespräch in einer Rolle gespielt hat. Und dann in der Recherche hat Udo Philipp zwei Namen vorgeschlagen. Ich könnte einmal ergänzen, weil Herr Huben danach gefragt hat. Ich denke, wir können das auch damit verbinden, weil die Kollegin Klöckner danach gefragt hat, weil Herr Philipp hier sehr klar dargelegt hat, dass er von sich aus vor Amtsantritt sich erkundigt hat, was mögliche Compliance-Regeln für das ganze Thema finanzielle Investitionen und Fondsbeteiligung bedeuten. Das hat er vorzeitig gemacht. Das hat er so gemacht, dass das BMWK ihm schriftlich geantwortet hat, dass das alles so in Ordnung sei. Und ich habe Ihnen zugesagt, dass wir in der Weise auch unter den Dingen, die auch Personendatenschutz angeht, das zur Verfügung stellen. Und das dürfte ja auch das abbilden, was Sie gerade angedeutet haben. Es gab darüber hinaus ja keine Notwendigkeiten, besondere Regeln für Herrn Philipp festzulegen, weil er ja dafür die nötige Transparenz ausdrücklich gesorgt hat. Aber das würde ich jetzt im Zuge der zügigen Beantwortung an die Ausschussmitglieder dann auch allen zur Verfügung stellen. Und ob das dann sieben Tage dauern muss, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Stefan Lenzel, kurz zur DENA und dann zu der DENA-Frage. Herr Philipp hat für die Beteiligungsverwaltung am Ende gezeichnet. Und Herrn Greichen, Herrn Greichen habe ich gebeten, in der Findungskommission mitzuarbeiten, weil er die Abteilung verantwortet hat, die maßgeblich hier zu den Auftraggebern der DENA gehören und damit die inhaltliche Expertise an diesem Punkt mitgebracht hat. Herr Philipp, bitte. Gut, dann fange ich mit Herrn Werner an. Sie sagt, ich würde keine, wie das wäre mit den Richtlinien und den konkreten Entscheidungen zu unter... Frau Werner. Entschuldigung, was mache ich denn hier? Tut mir leid. Liebe Frau Werner, tut mir leid. Ich möchte erst noch mal klar sagen, es gibt natürlich schon konkrete Entscheidungen zu Förderungen, die ich treffe bei sehr großen Unternehmen. Das ist schon klar. Aber die sehr großen Unternehmen, ich bin nicht an sehr großen Unternehmen direkt beteiligt, das habe ich ja kenntlich gemacht. Wie man mit Richtlinien irgendwie es schaffen kann, spezifische Einzelunternehmen zu fördern, weiß nicht, ob das möglich ist, aber jedenfalls habe ich das nicht gemacht. Die aktive Einflussnahme auf Unternehmen, kann ich Ihnen sicher sagen, dass ich keine aktive Einflussnahme auf Unternehmen nehme, an denen ich beteiligt bin. Das habe ich ja vorhin auch schon mal ausgeführt an dem Beispiel mit Afrika Green Tech. Dann zu Frau Klöckner. Ich habe die direkten Unternehmensbeteiligungen kenntlich gemacht, an denen ich die klassische Unternehmensbeteiligung sind, würde ich mal sagen, dass ich Genossenschaftsanteile bei einer Genossenschaftsbank habe oder aktienähnliche Rechte. Das ist nicht genau das Gleiche, aber das ist sowas Ähnliches. Bei der Triodos Bank, das ist eine holländische Bank, die, glaube ich, ist was anderes. Deswegen habe ich das auch unter was anderem dargestellt. Und dann bin ich eben noch an der gemeinnützigen GmbH, der Ökom Stiftung Finanzwende GmbH mit beteiligt. Das ist auch was anderes, weil das was Gemeinnütziges ist, wo es überhaupt nicht um Gewinne geht, sondern um Förderung von gemeinnützigen Zwecken. Dann zu der Frage mit den Beteiligungen, ob da irgendwie profitiert. Das habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt, bei den direkten Beteiligungen ist und war und wird ausgeschlossen sein, dass ich davon irgendwie befasst bin und ich eben deswegen keinen Interessenkonflikt habe bei irgendwelchen indirekten Beteiligungen. Die Frage kam ja dann auch später nochmal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer sie gestellt hat. Ich glaube, es war Herr Meiser. Die indirekten Beteiligungen, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, es sind eben viele von Ihnen, die hier sitzen, viele von den Menschen, die in der Bundesregierung arbeiten, viele Beamte haben Beteiligungen an Fonds. Das ist immer so, dass dann eine externe Person, jemand anderes die Entscheidung trifft. Das habe ich auch mehrfach gesagt. Das ist ganz wichtig. Und wenn dann da irgendwo ein Unternehmen in einem Fonds oder in einem ETF oder wie auch immer von einer Förderung oder Ähnlichem profitiert, das ist keine Frage des Interessenkonflikts. Diese Frage stellt sich nicht, weil sonst, wie ich eben sagte, haben Sie sich jemals diese Frage gestellt, wenn Sie zum Beispiel demnächst hier im Deutschen Bundestag über die Postgesetznovelle abstimmen müssen. Nur mal so als Beispiel, das wird hoffentlich demnächst im Bundestag kommen und dann wird man regulieren, wie viel Geld die Deutsche Post im Briefgeschäft verdient. Werden Sie dann in Ihr Depot gucken, ob Sie einen deutschen ETF haben, einen DAX-ETF. Und wenn Sie den haben, werden Sie sich dann der Stimme enthalten. Ich glaube, niemand hier hat sich diese Frage so jemals gestellt und ich glaube, sie ist auch nicht relevant. Und das ist, wenn man sagt, man sollte sich die Frage... Also die, die sich jetzt melden, die machen sich natürlich selbstverdächtig. Das ist ja ein Aufklärer. Das ist also, wie gesagt, das hat der Minister ja auch immer wieder gesagt, man kann Regeln auch ändern, aber heute sind die Regeln eben eindeutig und dort gibt es eben keinen Interessenkonflikt, wenn man in Fonds beteiligt ist. Und dann die Frage nach der Leitungsvorlage. Die Leitungsvorlagen im Ministerium gehen immer auf dem Dienstweg. Ich bin in dem Dienstweg drin. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich sie gezeichnet habe, aber es ist ausgesprochen wahrscheinlich, dass ich sie gezeichnet habe. Davon gehe ich eigentlich aus, dass ich sie gezeichnet habe. Damit ist, dass es keinen Interessenkonflikt gab, hat der Minister gerade beantwortet. Ich sehe das genauso. Die Frage von Herrn Huben ist, glaube ich, beantwortet. Dann die Frage von Herrn Komnig. Zu Herrn Böhmer nochmal. Ich möchte dann nochmal wiederholen. Herr Böhmer ist der einzige, nach meiner Kenntnis, einzige und sicher jedenfalls der erste, der einen studentischen Venture Capital Fonds gegründet hat. Und deswegen ist Herr Böhmer da drin. Kenne ich Herrn Böhmer geschäftlich oder freundschaftlich? Ich bin mit Herrn Böhmer nicht befreundet. Ich bin wirklich kein Freund von mir. Den kenne ich sozusagen aus professionellem Umfeld. Dann die ganzen indirekten Beteiligungen. Das habe ich eben beantwortet. Und auch die Frage nach dem von Herrn Meiser, welche Start-up-Unternehmen in den Fonds drin sind. Auch die habe ich eben beantwortet. Also, wie soll man sagen? Die Frage, vielleicht muss ich noch mal deutlicher machen. Es ist irrelevant, welche Unternehmen in den Fonds drin sind, weil es eben keinen Interessenkonflikt gibt. Wie ich es eben gesagt habe, mit dem Beispiel Siemens, mit dem Beispiel Deutsche Post, mit dem Beispiel Lufthansa. Danke schön. Alles beantwortet? Welche nicht? Eine präzise nicht. Ich habe nicht danach gefragt, Herr Staatssekretär, ob Sie befasst sind bei Entscheidungen, die Ihre Beteiligung oder Investitionen betreffen. Ich habe konkret gefragt, können Sie ausschließen, dass weitere Beteiligungen und Investitionen von Ihnen, von den Förderungen des BMWK profitiert haben oder profitieren? Nicht, ob Sie damit befasst sind. Frau Klöckner, ich kann definitiv ausschließen, dass bei den vier Unternehmen, an denen ich direkt beteiligt bin, dass ich dort Entscheidungen getroffen habe oder Entscheidungen treffe, die zugunsten des Unternehmens gehen, wo ich die eben über eine Förderung entscheide. Das kann ich definitiv ausschließen. Also, wir haben jetzt noch den Kollegen Komling und den Kollegen Meiser, beide haben die Auffassung, dass noch nicht alles beantwortet ist. Vielleicht ganz kurz, wir müssen auch mal weiterkommen. Ja, meine Frage hat der Minister eigentlich beantwortet. Es ging nämlich um die Frage, wie viele Personen insgesamt Herr Philipp für den Beirat Junge Digitale Wirtschaft vorgeschlagen hat. Der Minister sagte, einen weiteren neben Herrn Böhmer, das hörte sich zuvor anders an, als ob es mehrere gewesen wären. Können Sie mir, Herr Philipp, bestätigen, dass es nur ein weiterer neben Herr Böhmer war? Und wenn ja, wer war das? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir bei der zweiten Runde nicht mit der Angabe, die Frage sei nicht beantwortet worden, noch eine zweite Frage stellen. Also, da wollte ich noch mal drauf achten. Herr Kollege Meiser, bitte. Herr Philipp, Sie haben ja meine Frage bewertet, aber Sie haben sie nicht beantwortet. Nämlich, welche Start-ups sich konkret hinter First Momentum Ventures verstecken, also an wie vielen First Momentum Ventures eigentlich beteiligt sind? Welche sind das? Dann überlassen Sie es doch noch vielleicht der Öffentlichkeit zu bewerten, ob da möglicherweise eine Befangenheit vorliegt oder nicht. Aber dafür müssen wir es ja wissen. Welche es sind. Ich würde gerne noch einmal zu dem Besetzungsprozess des Beirats Junge Digitale Wirtschaft einleiten, dass Sie ein Verständnis haben, was das für ein Beirat ist und wie er sich zusammensetzt. Nämlich nicht sehr systematisch. Und das war davor schon immer so, er ist 2013 gegründet worden. Ich habe schon gesagt, seitdem sind, jetzt habe ich es vergessen, 83, glaube ich, Personen da durchgegangen. Immer für ein Jahr oder zwei. Länger werden die nicht berufen. Also auch Herr Böhmer wird dann, ich glaube, er ist für ein Jahr berufen. Das ging im August los. Also seine Amtszeit endet dann auch schon bald wieder. Und der Beirat gibt sich selbst eine Agenda, setzt die Themen, die er setzt, macht dann in den Stakeholder-Gesprächen, in den Konferenzen, die wir zu Start-ups machen, seine Beiträge und berät so die Bundesregierung im weitesten Sinne. Das heißt also von einer direkten Beratung, also einzelne Mitglieder kriegen Audienzen bei Staatssekretären und Ministern, ein Berater des Ministers, da muss man schon sehr kühn interpretieren, um das so zusammenzufassen. Und wir haben die Tradition des Hauses fortgesetzt. Wir haben versucht, zu der Frage der Zeit, wie schaffen wir eine aktive Start-up-Szene in Deutschland, kluge, informierte, kenntnisreiche Leute zusammenzusetzen, durch kollektives Wissen zusammentragen. Und ein Aspekt dieses Wissens zusammentragen ist die Frage, meine Frage gewesen, wie kriegen wir studentische Auskundungen da rein? Auch darauf gab es dann zwei Namen, die kein anderer kannte. Ob Udo Philipp weitere Namen genannt hat in den mündlichen Gesprächen, die es dann in diesem Kreis gibt, das lässt sich, glaube ich, nicht nachvollziehen. Aber diese beiden Namen lassen sich nachvollziehen und die gehen beide auf das studentische Umfeld. Den zweiten kenne ich gar nicht. Aber ich glaube, die sind beide dann auch übernommen worden. Ich habe fünf Beiräte im Haus. Insgesamt sind es ungefähr 150 Beiratsmitglieder in den verschiedenen Beiräten. Interessanterweise ist einer der fünf Beiräte ein Beirat für TTIP. Also so würde ich sagen, bedeutsam ist das noch nicht mal aufgefallen, bis wir jetzt mal gezählt haben, wie viele Beiräte wir haben. Philipp, Sie haben noch da. Ja, also auf die Frage, welche konkreten Unternehmen in den jeweiligen Fonds sind, an denen ich sozusagen beteiligt bin, die Frage kann ich Ihnen nicht ad hoc beantworten. Das habe ich ja schon gesagt. Es entscheiden Externe, was dort für Unternehmen drin sind. Und ich halte sie, das ist jetzt wieder meine Bewertung, nicht für relevant. Ich sehe nicht, warum man das tun muss. Es gibt keine Regel, dass man irgendwo die Fonds oder die Unternehmen, die in Fonds drin sind, bekannt machen muss. Wir haben lange begründet, warum das keinen Interessenkonflikt darstellt. Dann zu der Frage von Herrn Komnick. Wie viele habe ich da vorgeschlagen? Dieser Vorschlagungsprozess, das war ein Brainstorming, wo wir zu mehreren zusammengesessen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele da mal sozusagen im Brainstorming von mir kamen. Aber jedenfalls ist es so, wie der Minister gesagt hat. Am Schluss waren es zwei. Und damit ist hoffentlich gut, weil ich glaube nicht, dass man da jetzt auch noch sagen muss, wer die andere Person war. Ich korrigiere, es sind sieben Beiräte, die wir haben. Ich habe fünf gesagt. Nicht, dass es falsch im Protokoll steht oder mir dann vorgehalten wird. So was machen wir nicht. Dann kommt in der nächsten Runde der Kollege Hümpfer zur Frage. Herr Vorsitzender, Frau Klöckner, Sie genießen das ja richtig, so etwas mal von der anderen Seite zu sehen. Ich will nur zu Bedenken geben, heute auf den Tag genau vor zwei Monaten hat die Union 100.000 Euro von der Deutschen Vermögensberatung bekommen, weil Sie darum gebettelt haben. Zufällig ging es dann bei der Geldübergabe um das Provisionsverbot auf EU-Ebene. Das müssen Sie, bevor Sie jetzt hier was öffentlich behaupten, müssen Sie das noch mal kurz. So funktioniert Meinungsbildung in der Union. Das will ich vielleicht noch kurz einwerfen. Ansonsten reden wir über ein Unternehmen. Was habe ich über 100.000 Euro? Was haben Sie gerade behauptet? Sie haben gerade was behauptet, was gar nicht stimmt. Ich habe eine Frage an Herrn Philipp. Ich will nicht ablenken. Nein, nein, Sie haben gerade behauptet, ich hätte um 100.000 Euro gebetet. Das kann man hier öffentlich nicht. Mich würde interessieren, ob Sie ein persönliches Interesse am Erfolg von Sebastian Böhmer oder seinem Vorhaben haben. Die nächste Frage stellt Herr Jung, bitte. Herr Vorsitzender, ich möchte noch mal nachfragen, was den Vorgang der Berufung von Sebastian Böhmer angeht. Ich möchte konkret Frau Heiduck fragen. Sie sind ja für Compliance zuständig. Haben Sie heute auch erst erfahren, dass der Staatssekretär jemand, mit dem er geschäftlich verbunden ist, vorgeschlagen hat für so einen Beirat, ohne es offen zu legen? Wenn man so ein Beirat ist, Sie haben gerade gesagt, wie wenig Menschen 150 das Ministerium beraten. Dann bringt es ja ein Renommee auch mit für die Person und für das Unternehmen. Das ist ja nicht zu bestreiten. Man stellt sich in den Dienst der Allgemeinheit. Das bringt auch ein Renommee mit sich, ungeachtet von finanziellen Konsequenzen. Hätten die Compliance-Vorschriften da nicht verlangt, dass so etwas offengelegt wird in diesem Fall? Haben Sie es jetzt erst erfahren? Gibt es da eine Prüfung? Und würden Sie uns unterrichten, wie das weitergeht? Bei der Gelegenheit zum DENA-Verfahren war offen geblieben, das beamtenrechtliche Verfahren. Darüber wollten Sie informieren. Und die Frage, welche Kosten entstehen jetzt dadurch, dass dieses gesamte Besetzungsverfahren wiederholt werden muss? Danke. Die nächste Frage geht an Frau Nestle, bitte. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben hier schon bewiesen, dass es ein sehr effizientes Frageverfahren ist. Wir haben sehr, sehr viele Fragen schon beantwortet. Es war übrigens auch falsch, die Darstellung am Anfang. Letztes Mal hätte man vier Minuten für die Frage gehabt. Letztes Mal hat man vier Minuten für Frage und Antwort. Wenn ich mir schaue, wie lange wir schon beisammen sind, dann ist es eine ganz ähnliche Größenordnung wie beim letzten Mal. Und tatsächlich sind alle Fragen, die ich stellen wollte, habe ich entweder schon gestellt oder andere haben Sie schon für mich gestellt. Und ich erspare uns jetzt einfach, doppelt die gleiche Frage zu stellen. Danke. Danke. Frau von Schorch, bitte. Darf ich die Zeit mitnehmen? Wir gerade gespart haben. Also, ich habe Fragen zu Elga Bartsch. Elga Bartsch war bis Sommer letzten Jahres bei BlackRock und ist jetzt in der Grundsatzabteilung. Ich möchte von Ihnen wissen, Herr Habeck, wer hat Sie angesprochen? Also noch zur Zeit, als Sie bei BlackRock war oder erst danach? Wann genau? Wer war das? Wie ist der Kontakt hergestellt worden? Zweitens möchte ich gerne wissen, mit welchen Mitarbeitern von BlackRock, sei es Vorstände, Aufsichtsrate, sonst wer, Sie in Ihrer Zeit als Wirtschaftsminister sonst noch Kontakt gehabt haben, jenseits von Herrn Merz. Und dann möchte ich wissen, ob Sie ausschließen können, dass Frau Bartsch beteiligt ist an BlackRock oder an Anlagen von BlackRock. Und wenn Sie das nicht ausschließen können, ob Sie das nicht für problematisch halten, dann möchte ich Sie fragen, was Sie denken, für BlackRock das Wichtigste ist? Der Erfolg der deutschen Wirtschaft oder die Kapitalinteressen der Anleger? Und Herrn Philipp möchte ich fragen, Sie argumentieren immer mit der Nichtbefassung, Sie seien nicht befasst gewesen. Können Sie ausschließen? Oder ich kann die Frage auch anders stellen. Profitieren Sie wirtschaftlich von den Entscheidungen und Maßnahmen des WMWK zur Förderung der Energiewende? Danke. Die nächste Frage geht an Herrn Kruse, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Habeck, in Ihren Compliance-Regeln, die uns im Nachgang der Greichensitzung zugestellt worden sind, heißt es wie folgt, ich zitiere, trennen Sie strikt Dienst- und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen. Zitat Ende. Herr Habeck, hat Herr Philipp Strick zwischen Dienst und Privatleben getrennt bei der Empfehlung einer Person für ein politisches Gremium, mit der er wirtschaftlich verbunden ist? Zweitens, Herr Philipp, gleiche Frage. Haben Sie Strick zwischen Dienst und Privatleben getrennt bei der Empfehlung einer Person für ein politisches Gremium, mit der Sie wirtschaftlich verbunden sind? Drittens, Herr Philipp, warum haben Sie jemanden für ein politisches Gremium empfohlen, mit dem Sie wirtschaftlich verbunden sind? Und viertens, Herr Habeck, was ist Ihre Konsequenz daraus, dass Ihr Staatssekretär eine Person für ein politisches Gremium empfohlen hat, mit der er wirtschaftlich verbunden ist? Vielen Dank. Danke. Die letzte Frage geht an Herrn Lenkert, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Lege hat vor seiner Einsetzung als Geschäftsführer bei der bundeseigenen Securing Energy for Europe GmbH Seefe bei der Basten Consulting Group gearbeitet. Die Basten Consulting Group wurde vom BMWK beauftragt, die Umstrukturierung der Seefe zu analysieren. Ist da nicht ein Interessenkonflikt vorhanden? Diese Frage geht an Sie, Herr Minister. Und dann möchte ich noch mal zu den Fonds eine Frage an Herrn Staatssekretär Philipp stellen. Fonds müssen ihre Beteiligung offenlegen. Demzufolge wissen Sie, auch wenn Sie nicht in der Entscheidung des Fonds beteiligt sind, in welche Unternehmen die Fonds investiert haben. Demzufolge besteht aus unserer Sicht durchaus die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, dass Entscheidungen, die zum Beispiel einen Biotechnologie-Fonds betreffen, natürlich dann auch ihre Unternehmensbeteiligung beeinflussen können. Und gerade bei dem von meinem Kollegen nachgefragten Fonds ist die Beteiligungsgruppe nicht so groß. Das heißt, Entscheidungen des BMWK für Start-ups können durchaus den Wert Ihres Fonds treffen. Also sehen Sie da nicht doch Interessenkonflikte und müssten mehr offenlegen? Danke. Als erstes Herr Minister. Vielen Dank. Ich habe Elga Bartsch angesprochen und gefragt, ob sie sich vorstellen kann, Abteilungsleiterin der Grundsatzabteilung zu werden, nachdem wir das Haus umgebaut haben. Der ehemalige Abteilungsleiter Philipp Steinberg hat die Abteilung WE Wirtschaftsstabilität und Energiesicherheit übernommen. Das ist die Abteilung, die die Unternehmensrettung organisiert, beziehungsweise die Gasinfrastruktur, jetzt auch Wasserstoffinfrastruktur baut. Dadurch ist die Abteilungsleitung 1 frei geworden. Sie wissen, das ist die alterwürdigste Abteilung, ohne den anderen Kollegen zu nahe zu treten, im Wirtschaftsministerium, wo die Grundsatzpolitik gemacht wird. Ich habe eine Ökonomin gesucht, das ist mit kleinem i gesprochen. Ich versuche, so gut wie es geht, das Haus paritätisch aufzustellen. Außerdem suchte ich jemanden, der Erfahrung als Volkswirtin hat und Nachhaltigkeitskriterien, die ja wichtig sind für die Ausbildung der deutschen Wirtschaft mitgebracht hat. Sodass ich mit Elgabatsch, wann genau, weiß ich nicht mehr, aber vielleicht ungefähr einen Monat oder zwei Monate vor ihrer Berufung den Kontakt aufgenommen habe und mit ihr gesprochen habe, ob sie sich das vorstellen kann. Und nach Überlegungszeit ist sie dann zu uns gekommen. Zu den Vermögensverhältnissen von Elgabatsch kann ich mich nicht äußern, habe ich keine Kenntnisse darüber. Dann würde ich einen Konflikt, das Boston Consulting Group das Ministerium beraten hat, kann ich jetzt nicht erkennen, wo soll der herkommen? Udo Philipp ist nicht Mitglied der Boston Consulting Group und Elgabatsch auch nicht. Herr Lege ist Geschäftsführer von Seefe. Und war Boston Consulting Group davor. Und wo ist der Compliance-Konflikt? Ich meine es ganz ernst. Also wenn Sie unterstellen, dass Leute, die irgendwo gearbeitet haben, weitere Aufträge quasi unmöglich machen, wo soll das hinführen? Also was ist die Unterstellung? Ich verstehe es an dieser Stelle wirklich nicht. Ich kann jedenfalls keinen Konflikt dort erkennen. Und ich will noch einmal, wobei die Frage an Udo Philipp geht, ich glaube, ich wiederhole mich aber zum x-ten Male. Darauf hinweisen, ja, in Fonds, das war mein Eingangsstatement, sind Aktien. Wir haben den DAX-Fonds besprochen und ganz viele Entscheidungen, die wir alle hier treffen, werden in irgendeiner Form DAX-Unternehmen betreffen. Es mag spezifischere Entscheidungen geben. Ich habe das Beispiel Gesundheitswirtschaft genannt oder Landwirtschaft oder Rüstungsindustrie, wo dann unmittelbare Entscheidungen getroffen werden, die dann möglicherweise sehr mittelbar auf die Fonds wirken. Trotzdem werden sie getroffen und es gibt keine Vorschrift, keine Compliance-Vorschrift, auch nicht die strengen Vorschriften des BMF, die sagen, deswegen muss man entweder seine Fonds verkaufen oder sie öffentlich machen oder immer kontrollieren. Diese Debatte kann geführt werden. Aber dann, meine ich, muss sie geführt werden, auch von den finalen Entscheidungsträgern. Das ist der parlamentarische Raum. Also fragen Sie sich, ob Sie wissen, wenn Sie eine Lebensversicherung halten, welche Anteile in der Lebensversicherung drin sind. Fragen Sie sich, ob, ich will es nicht ridiculisieren, aber ob alle Leute, die Riester-Verträge geschlossen haben, wissen, was in ihren Riester-Verträgen sind. Fragen Sie sich, ob Sie genau wissen, welche Anteile in Ihren Fonds sind, bevor wir in die nächste Sitzung gehen. Und haben Sie sich gefragt, welche Unternehmen besonders vom Rettungsschirm, Gas- oder Strompreisbremsen profitieren? Ich finde, es sind berechtigte Fragen. Man darf sie stellen, aber dann nicht nur an Udo Philipp, sondern an alle. Wenn wir die Regeln strenger machen wollen, dann noch einmal stehe ich dafür bereit. Ich finde sogar, dass die Frage von Fonds fast, weil diese passive Management, also Dritte verwalten die Fonds, weniger interessant sind als vielleicht direkte Vermögensverhältnisse oder Schuldverhältnisse. Das wäre ja mal interessant. Wer hat wie viel Kredite und möglicherweise bei Privatpersonen und leitet das Handeln, wenn der Deutsche Bundestag das für sich veröffentlichen möchte oder er möchte, dass es die Regierung tut. Also alle Minister, bevor Sie erst einmal Minister werden oder Staatssekretäre oder Abteilungsleiter, ziehen Sie die Grenze, wo Sie wollen. Erst einmal sagen müssen, haben Sie Ihr Haus abbezahlt, wie viel Kredit haben Sie und so weiter. Das finde ich ebenfalls relevante Fragen. Ich will darauf hinaus, dass es kein Ende gibt, wenn man diese Fragen stellt. Aber andere Länder machen es anders. Frankreich beispielsweise fordert von seinen Regierungsmitgliedern, dass sie die Eigentumsverhältnisse auflegen. Und es gibt eine Kommission, die darüber wacht. Wir können uns diese Fragen stellen. Sie stoßen an andere Rechte, an Beteiligungsrechte, an individuelle Freiheitsrechte natürlich. Aber man darf diese Fragen stellen. Nur dann allen und gleiches Recht für alle an der Stelle. Vielen Dank. Herr Philipp, bitte. So, dann habe ich ein Interesse am Erfolg von First Momentum Ventures. Ich habe das ja mehrfach gesagt, First Momentum Ventures ist der erste studentische Venture Capital Fonds. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn es gelingen würde, dass Studenten anderen Studenten unter die Arme greifen können, weil es meiner Meinung nach nicht angehen kann, dass Studenten, wenn sie sich selbstständig machen, auf ein reiches Elternhaus angewiesen sind. Und insofern habe ich ein klares Interesse. Außerdem bin ich in den Fonds investiert. Das heißt, ich habe auch ein Interesse daran, dass der Fonds nicht irgendwie pleite geht. Gibt es ein Konnex dazu zwischen einer Mitgliedschaft im Beirat Junge Digitale Wirtschaft und der Frage, wie sich die, ich weiß nicht, wie viele es sind, habe sie nicht gezählt, aber es werden sicherlich mindestens 20 sein Unternehmen, die dort in dem Fonds drin sind, ob die sich dann dadurch besser entwickeln. Diesen Konnex sehe ich nicht und deswegen sehe ich auch keinen Interessenskonflikt. So, dann profitieren wir von der Energiewende. Alle, die wir hier sitzen, profitieren hoffentlich von der Energiewende und alle, die irgendwelche Aktien haben in ihren Depots, die sich damit beschäftigen, profitieren vielleicht auch davon. Die Frage, ob ich irgendwo dienstliches und privates Interesse trenne, kann ich klar mit Ja beantworten. Die letzte Frage, das wiederhole ich mich noch mal immer wieder, ist es in der Tat richtig? Ich kann nachschauen, das ist die Frage von, ich glaube, es war Herr Lenker, die sich das mal gestellt hat, ich könnte nachschauen, was in den Fonds drin ist. Ich gebe aber gerne zu, dass ich das bislang nicht gemacht habe. Ich habe jetzt anlässlich dieser Geschichten das erste Mal diese Sachen aufgemacht, aber ich habe nicht systematisch das untersucht und es hat mich bislang auch nie interessiert, was da drin ist. Und wie ich eben sagte, das hat der Minister mehrfach gesagt, ich habe es mehrfach gesagt, die Frage stellt sich nicht. Die leitet keinen Interessenskonflikt her. Außer man diskutiert, so wie der Minister das gerade gesagt hat, dass man vielleicht irgendwo gesellschaftlich sich anders aufstellen sollte, eine andere Kultur haben sollte. Herr Jung, Sie haben mich auch gefragt in meiner Rolle als Amtschefin zum Thema Beirat junge digitale Wirtschaft. Ich möchte das ausdrücklich sagen, wir haben uns ja hier jetzt aufgrund der Fragen auch sehr viel Mühe gegeben, die Rolle des Beirats, seine Aufgabe, seine Funktion und auch seine Größe ausführlich darzustellen. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich vor dem Hintergrund des hier Dargestellten nicht erkennen kann, dass es dort, wonach Sie mich gefragt haben, eine Compliance-Angelegenheit ist, die eine Interessenkollision von Herrn Philipp bedeuten könnte. Da habe ich eine klare Auffassung vor dem Hintergrund der Beantwortung und der Darstellung der Sachlage. Zweite Frage. Ich hatte auch gefragt, ob Sie schon vor heute wussten, dass er Ihnen vorgeschlagen hat, aber die geschäftliche Verbindung nicht offengelegt hat. Die ganze Fragestellung dieses Hintergrundes ist mir in der Vorbereitung der ganzen Thematik für diese Sitzung erst bekannt geworden. Ich halte es ausdrücklich für unproblematisch. Und es ist ja auch gut, wenn man da noch mal hinguckt. Es ist ja auch hier öffentliche Sitzung, dass man noch mal genau erklärt, was ist das? Und da habe ich eine Auffassung, dass das keine Compliance-Angelegenheit und ein Interessenkollisionspunkt sein würde und könnte. Zweiter Punkt aber zum beamtenrechtlichen Verfahren und der Prüfung, was den Staatssekretär Patrick Greichen angeht. Es ist so, dass die Prüfung des Sachverhalts läuft und das Verfahren betrieben wird. Aber ich habe schon gesagt, dass auch in der letzten Sitzung das BMWK grundsätzlich zu Einzelheiten eines solchen Verfahrens aus Personendatenschutzgründen keine Stellung beziehen darf. Und deswegen werde ich auch zum weiteren Verlauf des Verfahrens sowieso nicht zu inhaltlichen Aspekten aus eben diesen Gründen hier Stellung nehmen können. Meine Frage war noch offen. Ich habe noch großen Unmut bei Ihnen. Sie haben die Möglichkeit, noch mal kurz nachzufragen. Es ist keine Nachfrage. Es ist nur die Wiederholung der gleichen Frage. Und die richtete sich an Herrn Habeck mit der Bitte mitzuteilen, ob er jenseits von Herrn Merz und Frau Bartsch, er oder in seinem Hause Kontakte mit BlackRock Mitarbeitern gehabt hat, jedweder Art, Vorstände, Aufsichtsrate, sonst wer, über Themen Wirtschafts- und Energiepolitik. Ich möchte wissen, wie tief sozusagen Sie mit BlackRock in Verbindung sind. Keine Kontakte außer der ehemaligen Vassasi-Ökonomin, Elga Bartsch zu BlackRock und Friedrich Merz. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, es war noch die Frage offen von Herrn Jung nach den Kosten der Neuaufsetzung des Verfahrens bei der DENA. Dazu kann ich sagen, dass der Aufsichtsrat sich hier auf eine einvernehmliche Aufhebung des Vertrages mit Herrn Schäfer verständigt hat. Wegen der Beendigung des Vertrags und dem damit verbundenen Verlust des Arbeitsplatzes hat die Gesellschaft, Herrn Schäfer, eine der Sach- und Rechtslage angemessene Abfindung angeboten. Davon hat, das ist nicht ausverhandelt worden, weil Herr Schäfer darauf verzichtet hat und geltend gemacht hat, dass er keine Arbeitsleistung erbringen kann und deshalb auch keine Abfindung haben wollte. Es gibt nur eine Verständigung über die Rechtsanwaltskosten und da ist aber noch keine Abrechnung erfolgt. Rechtsanwalts- und Fremdkosten, was da in Rechnung gestellt wird, wissen wir noch nicht. Die Gesamtkosten, nach denen Sie gefragt haben, ergeben sich auch erst dann, wenn wir wissen, zu welchem Zeitpunkt die neue Person am Ende auch die Arbeit aufnehmen kann. Wenn da zwischen dem ursprünglich angepeilten Datum 1.7. und der dann erfolgenden Arbeitsaufnahme ein, zwei oder drei Monate liegen, dann wird die Gesellschaft hier unterm Strich möglicherweise überhaupt keine Mehrkosten haben. Das ganze Verfahren muss doch wiederholt werden. So ein Verfahren kostet doch Geld mit Personalagentur und vielem mehr. Ja genau, zum einen arbeiten die Aufsichtsratsmitglieder alle ehrenamtlich, da kriegt niemand Geld. Natürlich wird Personal von der Beteiligungsverwaltung in Anspruch genommen und die Agentur wird voraussichtlich 15.000 Euro erhalten. Und die Anzeigenkosten für die Stellenanzeige kommen dazu. Aber wie gesagt, wenn wir eine Vakanz von drei Monaten hätten, zum Beispiel, was nicht unwahrscheinlich ist, weil solch hochqualifizierte Leute in der Regel aus dem Arbeitsverhältnis kommen und nicht arbeitslos sind, dann wird trotzdem unter dem Strich eine sehr geringe oder sogar eine negative Summe stehen. Okay, ich denke, damit sind wir am Ende unseres heutigen Gesprächs. Unter Punkt Verschiedenes, nur ganz kurz, also anfänglich der sehr hektisch gehäußerten Bedenken, möchte ich mich erst mal bedanken, dass das so fair verlaufen ist. Und ich finde, so wie wir das jetzt organisiert haben, hat es dem Sachverhalt der Aufdeckung und der Klärung sicherlich sachdienlich geholfen und beigetragen. Und dafür herzlichen Dank. Okay, ich will noch mal darauf hinweisen, dass ich auch fand, dass das ordentlich über die Bühne ging, was wir gemacht haben. Die Bewertung allerdings, die wird natürlich die Öffentlichkeit auch für sich vornehmen. Die wird natürlich auch bewerten, welche Aussagen gekommen sind und wie sie denn das jeweils sieht. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und genauso werden es natürlich auch die Abgeordneten machen. Ich hoffe allerdings, dass wir nicht in eine Situation geraten, wo wir bei der letzten Anhörung waren, dass dann hinterher doch einiges anders war, nicht vom Inhalt her, sondern vom Ergebnis, als wir es in der Sitzung noch vermutet haben. Ich bedanke mich, dass Sie anwesend waren, die Frau und die Herren Staatssekretärin, Herr Minister. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zur Verfügung standen. Ich bedanke mich für die Fragestellungen. Und ich bedanke mich dafür, dass das diszipliert und sauber über die Bühne ging. Recht herzlichen Dank. Die Sitzung ist damit geschlossen. Ich bedanke mich für die Bühne.